Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir befinden uns bereits in Folge 47 und wir nehmen heute am Tag der Arbeit, am Freitag, den 1. Mai 2020, hier diese Podcast-Folge auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung mit Corona-Abstand in Wiesbaden sitzend, hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha, wieder was Neues gelernt, heute ist Freitag. Ja genau, heute ist Freitag. Guck an. Das ist eigentlich ein ganz normaler Tag, aber wir haben heute frei. Aber wie es sich für fleißige Podcaster gehört, setzen wir uns natürlich gerne vor die Mikros und nehmen wieder für euch eine neue Folge auf. Denn auch beim Eurovision Song Contest tut sich was. Ich habe heute gerade gepostet, wir sollten trotzdem den Eurovisionsmonat so gut wie möglich auch feiern. Der ESC 2020 ist ja eigentlich abgesagt wegen der Corona-Krise, das schon Mitte März oder erst Mitte März kann man ja vielleicht auch dazu sagen. Und ja, das haben wir ja schon hier in den letzten Folgen groß und beid berichtet. Heute haben wir den Schwerpunkt, wir gehen trotzdem alle Songs einmal durch. Nicht alle Songs, aber da kommen wir gleich noch dazu. Und den Jahrgang 2020 werden wir natürlich dann mal ausgiebig trotzdem besprechen, auch wenn er in der Form nicht zur Aufführung kommt, wie es eigentlich geplant war. Ja, vielleicht noch zwei Nachrichten, bevor wir einsteigen in die Songbesprechung. Wir haben in der letzten Folge ja noch davon gesprochen, na, es ist noch nicht so ganz sicher, ob der ESC 2021 in Rotterdam stattfinden kann. Das steht zwar auch noch nicht offiziell so fest, aber es stand noch aus, die Stadt Rotterdam muss noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Da ging es um sieben Millionen Euro, die die Stadt Rotterdam noch mal bewilligen muss, damit sozusagen der Anschub und all das, was zu finanzieren ist, wenn ein ESC in Rotterdam nächstes Jahr stattfinden soll in der Stadt. Das wurde jetzt bewilligt. Das war am 23. April. Und das reichen wir da einfach noch mal nach, weil wir letztes Mal noch gesagt haben, na, wir wissen es noch nicht genau. Weil es könnte natürlich auch sein, dass die Stadt Rotterdam aufgrund von Corona-Maßnahmen und so weiter vielleicht ein bisschen auch noch anderes zu finanzieren hat als ein ESC. Aber sie haben sich dafür bereit erklärt. Und jetzt muss sozusagen die IBU, die Stadt Rotterdam und das niederländische Fernsehen sich zusammentun, zusammensetzen und gucken, wie das im nächsten Jahr stattfinden kann. Hoffentlich klappt es. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ja, wir wollen mal hoffen. Ich glaube, selbst wenn es stattfindet im Mai, weiß man ja irgendwie auch noch nicht so wirklich, ja, kann es so in der Form, wie wir das so kennen, eigentlich überhaupt durchgezogen werden. Was wird aus dem Kerl, der immer mit diesem Free-Hucks-Schild durch die Gegend läuft? Kann er seiner Arbeit noch nachgehen? Ja, der ist jetzt arbeitslos. Der muss wahrscheinlich Unterstützung vom Staat irgendwie beantragen, wahrscheinlich. Der kriegt ja irgendwie so einen Knuddel-Roboter vom Staat oder so. Ja, genau. Mit so lustigen Perücken und irgendwie 100 Fahnen aufnähern oder so. Ja, ja, also diese Corona-Krise fordert so manches Opfer. Insofern, ja, können wir da mal gespannt sein. Also hoffen wir mal. Wir drücken mal die Daumen auch, dass wir beide endlich mal zusammen zum ESC fahren können. Wir wollten das ja eigentlich in dieser Saison schon machen. Daraus ist ja leider nicht so viel geworden. Wir waren zwar bei der Songpräsentation in Hamburg. Du warst ja noch auch bei so diversen, sagen wir mal so ESC-ähnlichen Veranstaltungen. Hast du ja auch hier schon. Das ist ein sehr schöner Ausdruck. Ja, jedenfalls war ja seine Majestät Jan-Ola Sant da in Groningen. Das wird mich über das ganze Jahr noch tragen, diese Begegnung. Ja, ich finde es ja für ihn ja sehr schade. Er wollte das jetzt diesen 2000… Aber der wird ja wohl hoffentlich in dieser Show jetzt auch einen Auftritt haben. Also ja. In dieser Ersatzshow. Ja, in der Ersatzshow irgendwie mit Sicherheit. Also das glaube ich schon, weil er ist ja noch, diesen Monat ist er ja noch offiziell Executive Supervisor. Der sollte ja, glaube ich, der Österdal sollte ja erst dann zum 1. Juni. Die werden wahrscheinlich jetzt so ein bisschen parallel irgendwie arbeiten. Ja, aber ich hätte es ihm natürlich auch wirklich gegönnt nochmal so einen richtig schönen ESC. Dann hätte er, glaube ich, die 10 ESCs zusammen gehabt und hätte das dann schön abrunden können. Dann war sozusagen die gesamten 10er Jahre dann auch Executive Supervisor und hätte das abschließen können. Und jetzt war er sozusagen verdonnert, am 18. März diese YouTube-Verlautbarung zu sagen, wie traurig er das findet. Aber der ESC wird noch stärker zurückkommen als je zuvor. Das macht mich auch immer traurig. Lieber andere Podcasts, bitte spielt es nicht ständig ein. Ich werde da immer traurig, wenn ich das höre. Und dann ist noch so dieses, dieses sarkastische Vogelgezwitscher im Hintergrund, weil er das irgendwie draußen aufgenommen hat. Das macht mich fertig. Also auf der anderen Seite wünsche ich mir dann auch immer, dass er bitte Ansprachen im Fernsehen hält, weil er so einen beruhigenden, schönen Tonfall hat. Aber das, was er da sagt, ist, oh. Ja, vielleicht wird er ja noch EU-Kommissionspräsident oder so. Wenn Frau von der Leyen keine Lust mehr hat, könnte man ja sich auch nochmal überlegen. Der könnte das bestimmt gut. Ich weiß nicht. Also ich fand auch Jens Stoltenberg immer super als norwegischen Ministerpräsident. Und der ist jetzt NATO-Chef. Und das ist so eine Position, da kannst du eigentlich nur schwer jemanden super finden. Aber das führt jetzt zu. Ja, toll. Militär. Juhu. Hat wieder einen Krieg befohlen. Ja, genau. Quatsch. Take it away. Was sagt er dann? Take it away. Okay, ey, wir sind schon echt durch. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, jedenfalls gucken wir mal, wie es irgendwie weitergeht mit Rotterdam. Wäre natürlich für die Stadt auch sehr schön, wenn sie dann doch nochmal zum Zuge kommen würde. Wir haben dann auch letztes Mal am 22. April haben wir aufgenommen, war dann Tage später, hat die ARD nochmal ihr Programm nochmal ein bisschen verifiziert, was sie denn machen wollen. Wir wissen ja, dass es von der EBU eine Ersatzveranstaltung gibt, die am 16. Mai, eigentlich an dem Tag, an dem der ESC auch hätte stattfinden sollen, die Sendung Europe Shine a Light. Und die soll zwei Stunden gehen, soll dann auch von den bisher geplanten Host, nämlich Chantal Jansen, Edselia Rombly und Jan Smith durch die Sendung geführt werden. Und da hat die ARD jetzt nochmal nachgelegt und macht sozusagen so eine Mischung aus Internetsendung und ja, auch Sendung praktisch im Fernsehen. Es wird nämlich über das Funk-Format eine Sendung geben mit Dennis und Benni Wolter, die bereits eine Woche vorher am 9. Mai das sogenannte Worldwide Wohnzimmer, das ESC-Halbfinale 2020 präsentieren. Das ist so ein Format, das gibt es auch schon länger auf YouTube von den beiden. Und da stellen sie zusammen mit Peter Ohr, waren alle 41 Teilnehmer des diesjährigen ESC, stellen sie vor. Und im Anschluss kann der Zuschauer dann auch die besten Szenen auswählen. Und dann wird wohl in der darauffolgenden Woche, nämlich gibt es auch mit Barbara Schöneberger natürlich wieder ein Vorglühen in der ARD ab 20.15 Uhr am 16. Mai. Und das wird in der Elbphilharmonie stattfinden. Und dort sollen wohl einige der Teilnehmer, die dann wohl gewählt worden sind, auch dort auftreten. Und das wird, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Und dann wird es Europe Shine a Light um 22 Uhr geben. Und im Anschluss, wenn die Sendung dann durch ist, wird nochmal der Eurovision Song Contest von 2010 nochmal wiederholt, an dem ja Lena mit Satellite für Deutschland gewonnen hat. Also hat man einen schönen, vollen Abend am 16. Mai und mit ein bisschen Vorglühen am 9. Mai. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes, rundes Paket. Und da bin ich auf jeden Fall dabei. Finde ich auch. Es ist ein schöner Ersatz. Also es ist besser, als wenn da jetzt einfach gar nichts im Fernsehen käme. Es ist eine schöne Zusammenstellung aus der NDR denkt sich noch was aus, was man machen kann. Die offizielle Sendung wird übertragen. Ja, finde ich, freue ich mich schon drauf. Also es wird natürlich, so ein bisschen wird es wehtun dann, dass es kein aktueller, richtiger ESC ist, aber doch ein ganz guter Ersatz. Und worauf ich mich wirklich freue, ist zu sehen, wie Ben Dolitsch auf der ESC-Bühne hätte aussehen sollen. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, wird er bei diesem Elbphilharmonie-Ding zeigen, wie es eigentlich hätte aussehen sollen oder sofern er das zeigen kann. Also es war ja ein großes Geheimnis, wie wird diese Inszenierung sein in Rotterdam auf der Bühne. Und davon hängt ja auch viel ab in dem Song. Und das zu erfahren, da bin ich heiß drauf, ehrlich gesagt. Auch wenn es nicht in Rotterdam zur Aufführung kommt, aber wir haben es uns ja gefragt. Und dann kriegen wir zumindest eine etwaige Antwort, also ohne es final beurteilen zu können. Aber wir kommen der Sache dann doch noch mal ein bisschen nah. Ja, es ist so eine, es soll sich annähern, glaube ich, an die geplanten Auftritt. Und weil es wohl wahrscheinlich ... Ja, mal hin. Bisher kennen wir nur das Video und einfach nur er alleine irgendwo rumstehend. Ja, ja, genau. Und es gab noch letzte Woche, das war, glaube ich, Samstag oder so, wurde noch auf Spotify die sogenannte Stage-Version veröffentlicht. Und die, da sind so einige, so im letzten Drittel oder so, da geht das, wird das, ist das noch mal ein bisschen anders arrangiert. Und ich schätze so, in dieser Version wird er das dann wahrscheinlich da auch aufführen. Ja, sind wir mal gespannt, was da, was da auf uns zukommt. Und wahrscheinlich werden sie da viele andere Leute auch auftreten lassen. Also es wird ja wahrscheinlich im Vorwege, wenn ja da irgendwelche Künstler eingeladen werden, weil man kann ja nicht innerhalb einer Woche dann die zehn Teilnehmer sozusagen engagieren, die dann vom Publikum gewählt worden sind. Da muss man ja wahrscheinlich schon so ein bisschen so eine kleine Vorauswahl machen. Das sollen wohl die Panel-Teilnehmer irgendwie wohl machen, die sozusagen so eine kleine Vorauswahl irgendwie machen. Und dann machen sie wohl so einen Mix aus. Das hat der Zuschauer entschieden und das, die haben wir jetzt dazu eingeladen. Also da kann man zumindest schon mal sehr froh sein. Ich habe, als diese Pressemitteilung kam vom NDR, ich musste sie tatsächlich erst mal zweimal lesen, weil es natürlich auch immer so ein bisschen, es ist leider oft immer sehr erklärungsbedürftig, was dann so der NDR, ja, und das wollen wir hier, das ist also, es ist alles sehr, sehr gut gemeint, aber es ist dann manchmal auch ein bisschen sehr verkopft irgendwie auch so dann niedergeschrieben. Aber insgesamt ist es halt wirklich, dass man sehr wohlwollend, und ich habe auch so in den sozialen Medien und so weiter auch nochmal nachgelesen, da war jetzt nicht unbedingt so viele Leute, die gesagt haben, oh, was ist das denn irgendwie, sondern man hat irgendwie wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass man da ein gutes Paket macht. Man kann daran auch, glaube ich, sehen, dass der ARD auch die fehlenden Einschaltquoten, die durch ein Ausfallen des ESC jetzt irgendwie auch entstehen, dass sie die versuchen, auch so ein bisschen nachzuziehen. Und erst hatte man ja dann geschrieben, auch so bei Twitter und so weiter, habt ihr euch da nicht verschrieben, da steht ja 22 Uhr für Europe China Light, aber das ist tatsächlich richtig. Also es geht nicht um 21 Uhr los, sondern erst um 22 Uhr. Ich glaube, genauer gesagt, glaube ich, sogar um 21.55 Uhr. Da gab es dann irgendwie nochmal, die Kollegen von ESC Compact hatten das dann nochmal genauer aufgezogen. Also das Wort am Sonntag wird es dann auch erst nach Europe China Light irgendwie halt geben, also für die Leute, die kurz vor 21 Uhr vermutet haben. Das kommt dann, also da müsst ihr dann ein bisschen warten. Also man hat dann sozusagen bis 1.50 Uhr hat man da wirklich einen tollen und kompakten, tollen Ablauf für einen ESC-Fan, also allemal gut. Und ich habe nur so bei mir gedacht, ja, wird es wahrscheinlich auch einige Leute geben, und das Stefan Raab wird es, glaube ich, trotzdem schwer haben, dagegen anzugehen. Das finde ich … Hoffentlich. Ja, also mir ist das Konzept ein bisschen zu dünn, irgendwie Deutsche, die eigentlich ausländische Wurzeln haben und die sozusagen damit dann ihr Land vertreten und dann treten die gegeneinander an und ist mir ein bisschen zu wenig. Also das finde ich, das ist auch schwierig, da irgendwie das Original dann auch zu kopieren. Also wenn, sagen wir mal, das Monopol auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk da auch steht. Und es ist in meinen Augen auch allemal nochmal einen Schritt besser als das, was der ORF da jetzt gemacht hat. Von der Idee her super, aber ich finde schon, das ist so ein schönes, großes Show-Paket, was da abgegeben worden ist und ja, ist schon fein. Ja, dann haben wir das, glaube ich, auch nochmal so, um das Ganze auch nochmal ein bisschen … Weil ich bin tatsächlich heute auch gefragt worden, ich habe noch an einer anderen Stelle heute einen Podcast aufgenommen, so war denn diese Sendung mit Stefan Raab schon? Habe ich gesagt, nee, nee, die ist ja dann als Konkurrenzveranstaltung mit der ARD sozusagen am 16. Mai. Also ich werde, glaube ich, mal gucken, die Sendung wird es mit Sicherheit auf Join irgendwie nochmal geben, dann gucke ich mir die nochmal am Sonntag an. Einfach auch so als aus Chronistenpflicht irgendwie, weil wir wollen ja irgendwann dann danach nochmal auch nochmal eine kleine Abendkritik oder so nochmal machen. Schauen wir mal. Das heißt, ich muss die auch gucken. Nein. Musst du nicht. Nee, aber ich würde die gucken, wenn er einfach, wenn das nicht als Konkurrenzveranstaltung aufbauen würde. Also wenn das irgendwann in der Woche davor laufen würde oder so, dann klar, dann würde man sich das vielleicht auch mal mit Wohlwollen angucken und mal schauen, was daraus wird, was das für eine Idee ist, war. Also scheint ja auch an anderer Stelle vorgebracht zu haben. Ja, aber so, dieses Konkurrenzding verstehe ich da komplett nicht. Aber da habe ich ja schon ausgeführt. Ja, es muss ja tatsächlich sowas wie nach wie vor eine Zusammenarbeit geben zwischen Raab und der ARD und das hat ja jetzt irgendwie nicht geklappt. Und dann aber sozusagen, ja, jetzt wollen wir aber doch nochmal irgendwie halt was dagegen setzen. Ja gut, die wollen wahrscheinlich auch Werbespots verkaufen und versuchen das dann über den Weg da insbesondere auch das junge Publikum halt dann auch praktisch auf ProSieben zu ziehen. Und ja, ist ja legitim und Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, dann haben wir das ja, glaube ich, auch vollumfänglich abgehakt. Und das wollten wir ja auch tatsächlich ganz kurz machen, weil wir steigen jetzt in die Songkritik halt ein. Also wie gesagt, es ist halt leider ja abgesagt worden, aber wir lassen uns natürlich nicht nehmen, unser Format We Decide jetzt auch wieder aufleben zu lassen. Und wir behandeln jeweils das erste und zweite Semifinale und gucken uns aber im Schwerpunkt die zehn Songs an, die es wohl ins Finale geschafft hätten. Wir können es jetzt ja leider im Nachhinein nicht beweisen, ob wir richtig lagen oder nicht. Aber das ist ja auch eigentlich völlig nebensächlich, sondern es ist ja eigentlich auch immer wichtig, dass wir die Songs besprechen. Und wir besprechen heute neben dem ersten Semifinale dann auch die drei Big Five, die in diesem Semi hätten mitstimmen können. Das wäre nämlich diesmal Deutschland, Italien und die Niederlande. Ja, und wir haben jetzt nämlich Folgendes gemacht. Es gibt ja zwei Semis und insofern haben wir jetzt gesagt, Sonja wird einen Vorschlag machen für das erste Semifinale und in der nächsten Sendung We Decide 2 werde ich mich dann um das zweite Semifinale kümmern. Und dann gucken wir mal, ob der jeweils andere damit einverstanden ist. Wir können leider die Musik nicht spielen, wie unsere österreichischen Kollegen von Merci Cherie leider. Aber wir listen euch das natürlich in den Shownotes auf, sodass ihr dann sozusagen jetzt immer nach jedem Land sozusagen dann auch euch den Song nochmal anhören. Wir werden da das offizielle Video, was sozusagen den erstmal den Endstand darstellt, werden wir dann euch auch vorstellen. So, Sonja, Feuer frei. Ja, zur Erklärung vielleicht, die 10, die ich mir jetzt ausgesucht habe, das ist keine wertende Reihenfolge, in der die jetzt vorgetragen werden, sondern die Reihenfolge ergibt sich daraus, dass es, es gibt ja so diverse Auslosungen und Zusammenstellungen. Und die Auslosung, wer in welchem Semi antritt, die gab's schon. Und auch, wer in welcher Hälfte des jeweiligen Semis antritt. Deswegen ist das jetzt einfach sozusagen zweimal alphabetisch, erste Hälfte, erstes Semi, zweite Hälfte, zweites, äh, zweite Hälfte, erstes Semi. Und, äh, hat nichts damit zu tun, wie ich die, äh, die 10 in sich werten würde. War das halbwegs verständlich, ich glaube nicht. Und, äh, deswegen wäre mein erster Vorschlag, wer sich, äh, für mich fürs Finale qualifiziert, äh, Australien. Ja. Und zwar, äh, Montaigne mit Don't Break Me. Es gab den Vorentscheid, den haben wir, glaube ich, auch beide geguckt, Australia Decides. Der war sehr gut, abgesehen von der musikalischen Qualität, so würde ich's mal zusammenfassen. Also, da war, da sprach eine große Liebe zum ESC raus und wie sie da John Ola Sand als quasi James Bond auf die Bühne geholt haben, das ist eines meiner Highlights der diesjährigen Saison einfach. Und, äh, da war ich so ein bisschen traurig, dass musikalisch mich da gar nichts irgendwie richtig angesprochen hat. Und, äh, Siegerin hat mich trotzdem überrascht. Das war, äh, Montaigne, die kommt aus Sydney, ist 24 Jahre alt, macht auch schon seit einigen Jahren Musik, hat schon zwei Alben veröffentlicht und hatte eine Performance, äh, also sie sah ein bisschen aus wie das Sams, fand ich. Sie hatte so Punkte auf der Backe, so zwei große und, äh, blaue Haare. Und es war ja eigentlich so ein, so ein, äh, One-Shot-Auftritt. Also, sie hat nur mit einer Kamera, sie ist die ganze Zeit über die Bühne gerannt und hat irgendwie so, sie hat so rumgetanzt mit, mit Tänzern auch im Hintergrund. Und die Kamera ist da immer um sie rum und es war wirklich nur diese eine Kamera. Also, es gab keine Schnitte da drin. Was ich mir schwierig vorstelle. Äh, dafür war's dann, äh, war's richtig gut gemacht, muss ich sagen. Aber ich als jemand, der vorm Fernseher sitzt, fand das dann doch anstrengend anzugucken. Vor allem fand ich's anstrengend, wie sie die ganze Zeit dieses Tüll im Gesicht hatte. Dieses, äh, das war aus ihrem Kostüm. Muss aber davon absagen, ähm, den Song an sich find ich, find ich gut. Ist jetzt nicht super spektakulär, aber ich hör den ab und zu doch mal. Und, äh, gute Message so von wegen, ähm, you thought I was elastic, äh, but maybe I'm just made of glass. Also, sei nicht so ruppig, ne? Und, ähm, ja, es ist, ich hab bei Australien inzwischen so den Eindruck, die haben ja in ihren ersten Jahren, als sie dabei waren, echt Knaller rausgehauen. Wenn man dachte, ey, Leute, das ist hier der ESC, jetzt bringt mal nicht eure erste Mannschaft, ja. Und inzwischen sind die so, ja, gut, dann sind wir jetzt halt auch so im Mittelfeld dabei und, äh, schicken so Sachen, die auch so ein bisschen so trashigen Charakter haben. Also, wenn jemand da die ganze Zeit Tülle aus dem Gesicht pustet, ist das für mich jetzt nicht qualitativ hochwertiger Auftritt. Aber den, den Song würde ich schon durchwinken. Und, ähm, ja, es stand für mich, ehrlich gesagt, doch ein bisschen auf der Kippe, ob ich das weiter lasse oder nicht. Hätte sein können, dass es das erste Mal ist, dass Australien auch im Halbfinale stecken bleibt. Ähm, für mich geht's aber noch durch, muss ich sagen. Ist es bei dir auch so? Oder wäre es für dich das erste Mal, dass sie nicht ins Finale kommen? Äh, ich glaube, das, äh, hängt ein bisschen, also, ähm, im, im, im Vorweg. Aber ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass die, dass die Performance ähnlich gewesen wäre. Also, wir kennen ja die Live-Performance, die ist auch das offizielle Video, ähm, ja. Ähm, bei, bei der, bei der Vorschau auf, auf beide, äh, Semis muss ich, äh, dies Jahr sagen, es gibt, äh, finde ich jetzt nicht irgendwie eine Todesgruppe, wie das jetzt so in den letzten Jahren immer war. Ja, das, das finde ich auch. Ne, also, ich kann jetzt nicht, also, wenn ich jetzt mal so drüber gucke, ich könnte jetzt im Moment nicht sagen, was ist stärker, das erste oder das zweite Semifinale? Ähm, ähm, und die Songs sind eigentlich auch alle sehr, ähm, also, ich finde den Jahrgang eh sehr gut. Äh, da sind allerdings auch so Sachen dabei, die sind gut produziert, aber, ähm, also, ich glaube, äh, haben schon, könnten auch schnell durchs Rost irgendwie halt fallen. Bei Australien würde ich jetzt sagen, wenn die jetzt in so einer Todesgruppe wären, dann würde ich sagen, die sind raus in diesem Semifinale. Aber, ähm, ich würde, ich würde sie da auch drin sehen. Ähm, ich finde, sie sinkt ein bisschen schief, das hofft, oder, na, kann man ja ... Das ist auch so ein bisschen, geht auch so ein bisschen ins Schreien manchmal in dem Song an sich. Ja, das ist auch nicht so ganz meins. Ja, also, diesen, diesen One-Shot, äh, den hat ja sogar, äh, beim ESC 2015 die Tränche Osterhus ja gemacht. Ähm, das war ja auch mit einer, äh, Kameraaufnahme, äh, gemacht worden. Da hat man es sogar auch mal auf einem, ähm, äh, auf einem ESC-Plateau sozusagen ja mal gemacht. Das hat ja super geklappt. Ja, also, ja, genau, genau. Also, ähm, weiß ich jetzt nicht, ähm, ob Australien das jetzt so weitergemacht hätte. Also, ähm, ja, es war so ein bisschen, also auch die Optik ist so ein bisschen verstörend, dieses, äh, Harlequin-mäßige. Aber sie, sie trägt ja, glaube ich, auch normal, diese blauen Haare. Also, das ist jetzt, glaube ich, nichts für die Bühne oder so. Und, ähm, und ein bisschen, ich, ich finde den Auftritt oder auch den Song ein bisschen, äh, bemüht künstlerisch so. Also, sie, sie sollte ja, glaube ich, noch irgendwie auf so, an so Marionetten, äh, Seilen irgendwie hängen. Das ging wohl aus irgendwelchen Gründen nicht. So, und das hat sie dann so ein bisschen, äh, glaube ich, damit versucht, so wegzuspielen. Aber es, äh, man kann jetzt gegen den Song jetzt nichts sagen. Also, ähm, die, die Studio-Version, äh, äh, ist, ist, ist okay. Ich war allerdings auch vom australischen Vorentscheid tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Das war, fand ich, im letzten Jahr, da waren, ähm, wesentliche, ähm, wesentlich bessere Sachen noch dabei als nachher, ähm, Katie, wie hieß sie denn nochmal? Ähm, aus Australien. Kate Miller-Heidke. Nee, Kate Miller-Heidke. Ähm, äh, äh, da waren auch, äh, wesentlich bessere Sachen. Und das war jetzt so, ich hab gar nicht mehr so im, im, im Kopf. Ich glaube, ähm, mir hat da eigentlich so, so fast gar nichts gefallen, was da so, das war alles. Ich hab nur gehofft, dass nicht Vanessa Amorosi gewinnt. Ja, das war auch nicht, das, das war auch irgendwie, da hat man sich ja auch sehr viel mehr, äh, von, äh, von versprochen. Und insofern, ähm, ja, die, die ersten tollen Jahre, die sie da hatten, also, ähm, also am besten hat mir eigentlich bisher, ähm, äh, Guy Sebastian irgendwie gefallen und Dami Im. Das waren halt so, da war Hollywood auf der Bühne, das war wirklich, ähm. Ähm, das waren halt auch die ersten beiden. Ja, das war auch wirklich, äh, nee, doch, das waren die ersten beiden, genau, genau. Und mit dem Jesaja, den fand ich auch eher so ein bisschen, und, ähm, ja. Der war niedlich, aber der hat die Töne nicht getroffen. Der hat die Töne nicht getroffen und, äh. Von daher, willkommen beim ESC. Ja, ja, und ich hab, äh, ich sag das ja auch schon so ein paar Jahre irgendwie, Australien hat natürlich keine natürlichen Feinde. Das finden irgendwie auch ganz viele toll, dass Australien dabei ist, aber ich glaube, so langsam, äh, ist dann so der Welpenschutz auch mal so ein bisschen vorbei. Und das könnte auch mal bedeuten, dass Australien da auch mal rausfliegt. Aber in dieser Konstellation des ersten Semifinales würde ich sie auch weitersehen. Okay, kann man vielleicht noch dazu sagen, sie ist schon bestätigt fürs nächste Jahr? Mhm. Was, äh, weiß jetzt nicht, wie dann der Vorentscheid ablaufen soll, ob sie dann so, so wieder so ein, äh, Liedfindungsvorentscheid machen, wie das ja in manchen Ländern ist, ähm, würde mir um den Vorentscheid an sich ein bisschen leidtun, den nicht so schön im Frühstücksfernsehen gucken zu können. Und, äh, da war ja, glaube ich, auch so, dass, äh, in diesem Jahr hatte Dami Im noch am Ende der Sendung gesagt, ja, nächstes Jahr bin ich ja auch wieder dabei. Kann sie natürlich auch vergessen, wenn jetzt schon die Künstlerin feststeht. Also, mal sehen, wie das so weitergeht bei denen. Ja, ich glaube, der Sender SBS hat, glaube ich, noch ein bisschen lange mit sich gerungen, was er denn macht. Ich glaube, Montaigne hat man nicht gleich sofort bestätigt. Ähm, inzwischen ist sie bestätigt. Inzwischen ist sie bestätigt, ja, ja. Aber ich glaube, es war die Absage am 18.03. und ich glaube, erst so Anfang April oder so, glaube ich, ähm, hat man sie dann bestätigt. Das ist im NDR-Kosmos keine Ahnung. Ja, genau. Das ist, äh, ja, also muss man sehen. Also, ich meine, den Vorentscheid gibt es ja auch erst seit 2019. Und, ähm, das wäre natürlich jetzt auch nichts Neues, wenn man jetzt sagt, ähm, ja, dann wird man jetzt für Montaigne irgendwie, ähm, einen Song suchen. Und man macht es einfach intern. Das, äh, kann natürlich irgendwie auch sein, ne? Ja, aber der Vorentscheid war süß. Ja, ja. Naja, es haben alle, es haben alle, äh, Künstler im Moment ein Problem, die über einen Vorentscheid, ähm, entschieden worden sind. Weil die Sender wollen natürlich dann auch, äh, die Einschaltquoten für diesen Vorentscheid natürlich dann nicht missen, ne? Das, äh, ist natürlich dann einfacher, ähm, bei intern ausgewählten Künstlern. Die kann man natürlich widersetzen. Okay, mein, äh, nächstes Land, äh, das war aber eigentlich ein No-Brainer. Das, äh, muss einfach ins Finale. Das ist natürlich Litauen. Yeah, ja. Und zwar, da hätte ich auch, hätte ich auch nicht auftauchen dürfen, glaube ich, in dieser Podcast-Folge, wenn ich, äh, nicht die rausgekickt hätte. The Roop mit On Fire. Die sich auch in einem Vorentscheid durchgesetzt haben. Das ist ein, äh, Trio, die kommen aus Vilnius. Und es gibt sie seit 2014. Wir haben inzwischen auch zwei Alben schon rausgebracht. Waren vor zwei Jahren sogar schon mal beim Vorentscheid dabei, haben damals nicht gewonnen. Aber, äh, dieses Mal schon. Und dann waren sie sofort, äh, sowas wie der, der Hype in der ESC-Bubble, wenn ich mich an den Abend richtig erinnere. Also, es ist, das ging gleich rund so, oh, guck mal hier, was Litauen ausgesucht hat. Und, äh, hat alle erst mal so, so in seinen Bann gezogen. Und wir haben zwei Sachen, an denen wir uns orientieren können. Das eine ist der Live-Auftritt beim Vorentscheid. Und das andere ist ein offizielles Video, das nochmal ein bisschen anders aussieht. Das hat so eine Schwarz-Weiß-Optik. Aber was beiden gleich ist, ist, äh, dieser Tanz, den sie versuchen zu etablieren. Auf der Bühne natürlich noch ein bisschen mehr, aber die Elemente gibt's im Video auch. Also, diese, diese komischen Bewegungen, die sie da machen. Und mit, äh, Hände irgendwie um den Kopf, über den Kopf und so. Man erst mal, da bleibt man wirklich erst mal dran hängen, finde ich. Und denkt sich, oh, was machen die denn da? Sind die irgendwie verrückt? Oder, also, es ist, es ist ein Hingucker, sofort. Und das ist auch so das, was ich mir hier aufgeschrieben hab. Das Lied an sich ist zwar irgendwie spannend und, also, zumindest gerade, gerade am Anfang. Ich find, dann kriegt's so ein bisschen Längen. Aber es ist an sich kein Sieger. Und es kriegt diese Besonderheit einfach durch diesen Tanz, dass man da hinguckt und denkt, was machen die da? Das, das ist ja witzig, wie sehen die denn aus? Was machen die denn für Bewegungen? Und dadurch wird's irgendwie so besonders und geheimnisvoll. Und ich bin mir sehr sicher, dass das richtig gut abgeschnitten hätte, ob's Sieger gewesen wär, mhm, da hab ich noch so meine, meine Zweifel. Aber das ist natürlich so, ich mein, dieser Tanz, der hat sich ja in der Bubble sofort irgendwie etabliert, gab Videos von Leuten, die das nachgemacht haben. Äh, der, der Song hat so eine, so eine schöne Grundspannung, auch entlädt sich ja dann in diesem witzigen La 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 am Ende. Ich finde nicht, dass der alleine drei Minuten damit trägt, aber mit diesem Tanz trägt ja das dann. Und man hat ja schon gesehen, wie es auf der Bühne ist. Und deswegen, ähm, also da musste ich gar nicht lange überlegen. Und da bin ich mir auch hundertpro sicher, das auf jeden Fall ins Finale. Und das höre ich auch so ganz gerne mal. Ja, und ich finde vor allen Dingen auch, der, ähm, der Sänger ist einfach auch, ähm, so irgendwie ein Hingucker, Hinhörer, ne? Ja, also er hat noch, auch noch mal so eine, so eine ganz, ähm, bestimmte Stimme auch so, wo man auch, äh, hinhört so, hm, was ist das denn jetzt? Also, ähm. Ja, und dann noch so seine, seine ganze Erscheinung halt einfach mit diesen Bewegungen und dann noch diese, diese so weite Hose, die ja aussieht wie ein Rock irgendwie. Also, das ist, ähm, das, das finde ich auch, ja, das, äh, auf den konzentriert sich da viel und das bügelt so ein bisschen das aus, was vielleicht der, der Song nicht über komplette drei Minuten, äh, so ein richtiger Knaller ist, bügelt das sofort aus. Ja, und ich hab eben noch mal, ähm, noch mal nachgeguckt. Man kann sich die, ähm, die Wetten zum Eurovision Song Contest 2020 noch mal angucken. Die sind dann natürlich, äh, gestoppt, äh, weil natürlich gecancelt und, äh, da war, äh, Litauen auf Platz zwei. Also, ähm, tatsächlich ganz heißer. Ich gestehe, die Wetten hab ich gar nicht genommen. Nee, 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 aber man kann, zu meiner Prognose. Ja, man kann immer noch mal gucken, irgendwie so, hm, was, äh, was, was hat da denn jetzt noch mal irgendwie, äh, 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 was haben da denn noch mal die, die, die Wetter oder so irgendwie, ähm, dazu gesagt. Da ist natürlich auch mal viel Unsinn. Also, es wird dann manchmal ein Land, äh, äh, schon mal als Platz eins gewertet, wo noch gar nicht bekannt ist, welcher, welcher Song, welcher Künstler irgendwie halt antritt und so. Das, äh, muss man natürlich auch immer mit Vorsicht genießen. Aber, äh, vieles, ähm, deutet immer schon darauf hin. Und, äh, wie du schon sagst, äh, als der, das Finale dann durch war in Litauen, ähm, dann ging das irgendwie durch die sozialen Netzwerke, äh, wie eine Bombe durch. Also, äh, da war Litauen, äh, ganz, ganz groß gehypt und nicht zu Unrecht. Auch so, äh, wie du schon sagst, dieses, dieses, äh, schwarz-weiß-Video mit diesen Spiegeln und so, das alles sehr, sehr stylisch. Und, äh, also, da, da haben sich Leute auch so um, äh, ja, um das Gesamtpaket wirklich auch, äh, Gedanken gemacht. Und, ähm, auch dieser, die haben ja eigentlich gar nicht so wirklich einen Refrain, sondern das wird ja instrumental eigentlich dieses, di, 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 di. Das ist ja irgendwie, ähm, ähm, äh, äh, der eigentliche Refrain irgendwie auch so. Und das ist ja schon alleine so ein bisschen, ähm, ähm, ja, einzigartig, ähm, so ein Refrain einfach nur instrumental einzuspielen. Das finde ich schon irgendwie ganz, äh, ganz erstaunlich. Ja, es bricht, bricht halt mit diesem klassischen Drei-Minuten-Aufbau und, äh, bringt dazu noch diesen, diesen Tanz, diese irren Bewegung rein. Ja, ja. Ja, also, ob es gewonnen hätte, na, aber, ähm. Es ist immer nicht verkehrt, äh, äh, ähm, da kommen wir, da kommen wir, glaube ich, noch dazu, ähm, mit einem Tanz irgendwie halt, einen Tanz in seinem Beitrag zu etablieren, aber es klappt auch nicht immer. Ja, also, ähm, in dem Falle hat's wirklich, äh, geklappt mit diesen, so, Fingern hinterm Kopf und so weiter, das, äh, das ist schon cool. Also, ähm, ja, für mich wär's, also, wenn das Ding im Halbfinale rausfliegen würde, dann, dann weiß ich auch nicht. Also, dann, äh, würde ich die ESC-Welt dann tatsächlich nicht, komplett nicht mehr verstehen. Mal gucken. Das wär nicht passiert. Nee, das glaub ich auch nicht. Kann ich dir versprechen. Nee, das glaub ich auch nicht. Kann mir auch keiner das Gegenteil beweisen. Ja, was garantiert auch nicht im Halbfinale rausgeflogen wäre, äh, bin ich mir auch relativ sicher, ist, äh, Russland. Und zwar, äh, die Gruppe Little Big mit dem Song, äh, Uno. Kann man natürlich immer dazu sagen, okay, ähm, ist auch schwer für Russland im Halbfinale auszuscheiden. Sie haben's mal geschafft vor, vor kurzem, äh, das aber auch wirklich, wirklich zurecht, weil das ein ganz schlimmer Song war. Aber eigentlich haben sie's ja dann doch ein bisschen einfacher und, äh, mit dem, was sie da dieses Jahr geschickt hätten, wären sie auch durchgekommen. Deswegen stehen sie bei mir auch auf der, auf der Jahrliste. Ähm, Little Big ist eine Gruppe aus Sankt Petersburg, äh, vier Musiker, die, äh, in Russland irgendwie auch schon, oder auch, also ich kannte sie vorher nicht. Es gab, glaub ich, ich kenn, glaub ich, Leute, die sie auch vorher kannten, ich nicht. Aber die hatten schon so ein paar Single-Hits scheinbar. Und, äh, es war, war eine interne Auswahl und es hat sehr lang gedauert. Ich glaub, die kamen wirklich, am Tag der Deadline kam dieser Song erst raus, wenn ich mich da... Nee, das war sogar später. Das war irgendwie, ich glaub, am 9. März oder so, war, glaub ich, die Deadline. Also intern, während sie's wohl schon eingereicht haben. Ach so, stimmt, genau. Genau. Und bis, bis er veröffentlicht wurde, war dann irgendwie in der gleichen Woche ein bisschen später oder so, ja. Ja, also es war lange irgendwie so ein Geheimnis, was kommt da und ach, die sind so witzig. Und dann fand ich's ein bisschen eine Produktenttäuschung, muss ich gestehen. Also es ist, natürlich ist das irgendwie so ein, so ein Farbtupfer. Es bewegt sich auch so nah am Quatsch und die haben ja auch so, und die versuchen auch so einen Beinwackeltanz und so, dass sich an einer bestimmten Stelle die Tänzer irgendwie einmal um sich selber drehen. Kommt für mich nicht so richtig gut durch. Ist, ja, ist ganz witzig, nett, wär wahrscheinlich auch schön bunt geworden auf der Bühne. Und man glaubt, den Vergleich mit Aqua gab's häufiger mal, weil eben auch diese fast quietschige Frauenstimme da immer mit dabei ist. Deswegen kann ich den Vergleich durchaus auch verstehen und teilen. Also, mich hat's jetzt nicht richtig oben gehauen. Muss aber auch sagen, natürlich wär das durchgegangen und natürlich wär das auch nicht ganz furchtbar gewesen. Und, äh, das Lied trägt für mich keine drei Minuten. Es wär wahrscheinlich schön bunt gewesen. Und ja, okay, hätte, hätte gereicht. Ja, 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 ähm, ja, mir ist es, mir ist es tatsächlich auch ein bisschen zu berechnend witzig, ähm, das, also, die haben ja diesen, äh, in Russland, äh, diesen ganz großen Hit gehabt mit Skibidi und da haben sie auch immer so eine, so eine Handbewegung und so weiter und das, ähm, das ist schon sehr, sehr skurril. Das ist auch tatsächlich, ähm, lustig. Hab noch mal geguckt, bei YouTube hat das vier Millionen Klicks. Gut, das ist natürlich auch in Russland irgendwie, die haben natürlich auch viele Einwohner. Aber, ähm, das muss schon so, ähm, ich kannte sie vorher jetzt auch nicht, aber, ähm, soll wohl in Russland oder wahrscheinlich so in der ehemaligen Sowjetunion wahrscheinlich irgendwie eine bekannte Band, äh, die tatsächlich für solche Skurrilitäten irgendwie auch, ähm, ganz, äh, bekannt sind. Ja, die haben auch noch so diese, mit diesem Beinwackler und das war das, was ich eben so bei Litauen so meinte, ähm, ja, wenn das natürlich dann ein bisschen zuberechnet ist. In dem Video haben sie dann auch noch so einen, ich will jetzt nicht sagen kleinen, dicken, so einen etwas, ähm, beleibteren kleinen Tänzer, der sich aber eigentlich ganz gut bewegen kann. Der ist dann noch so ein bisschen als der, als der Farbtupfer irgendwie, ähm, um jetzt noch mal das Ganze noch mal ein bisschen witziger zu machen und so, ähm, wenn man jetzt sich das Video anguckt, da sind sie aber mehr als sechs Leute, also da müssten sie wahrscheinlich dann, wenn sie den, äh, den kleinen Tänzer da noch mit dazunehmen, müssten sie wahrscheinlich auch irgendeinen aus der Band irgendwie halt dann noch verzichten. Ähm, ja, aber, ähm, da erschließt sich mir, mir der Humor nicht so ganz. Also, ähm, da ist es dann so ein bisschen, ja, also, wir wollten jetzt mal lustig sein und, äh, es ist ja immer so ein bisschen, ähm, Russland tritt ja auch immer so ein bisschen mit gezogener Handbremse irgendwie halt an, auch so bei, äh, Sergej Lasarev letztes Jahr mit diesen Duschkabinen und so weiter, das sollte ja auch wieder, oder wo er dann auch 2016, wo er da in dieser Leinwand da so hochklettert und das, äh, irgendwie diese Präsentation soll ja irgendwie, ich glaube eine Million oder so gekostet haben und so weiter und es ist dann immer so ein bisschen, wo man so denkt, ja, aber es fehlt so ein bisschen das Herzblut. Also so zum Beispiel diese, diese singenden Omas, äh, 2012 war das, glaube ich. Das war witzig, weil das so aus so einer, aus so einer Laune heraus entstanden ist. Ähm. Ja, ich glaube schon, dass das auch berechnet war. Ja, aber, aber das war so, das war dann so ein bisschen, ähm. Das ist hängen geblieben. Und das, und ich finde dieses von Little Big, dieses Uno, das ist jetzt so ein bisschen, ja, wie können wir denn gewinnen? Also, äh, ja, wollen wir mal was ganz Lustiges irgendwie halt machen. Und, äh, ja. Spoiler, so nicht. Ja, ja, genau, genau. Und das, ähm, und, und das merkt der Zuschauer, glaube ich. Und, äh, ich weiß jetzt nicht, sie, ähm, die haben sich ja da noch irgendwie, nachdem sie ja bekannt wurden, dass sie da jetzt für den ESC 2020 antreten, da hat noch irgendeiner aus der Band, hat da noch irgendwie, ähm, äh, homophobe Äußerungen wohl irgendwie getätigt. Ähm, das kam wohl in der Bubble nicht. Ja, es gab so ein Video von der, gab so ein Video von der Band, wie sie über irgendwie so eine, so eine schwulen Parade laufen in der Stadt, wo sie an dem Tag gespielt haben oder so, oder irgendwie so, so dumme Sprüche machen. Also, das, äh, da sind sie natürlich beim ESC auch vollkommen falsch. Ja, also, ähm, das ist halt natürlich wirklich, äh, das ist natürlich wirklich ein bisschen dumm, ob das natürlich, ähm, jetzt dazu geführt hat, ähm, dass sie dann vielleicht, ähm, nicht so viele Punkte kriegen würden. Aber ich, ich gucke jetzt auch gerade mal, es ist ja Weißrussland auch in dieser, in diesem Semi von, äh, aus Weißrussland würden sie auf jeden Fall irgendwie halt Punkte kriegen. Ähm, vielleicht auch so aus Slowenien und so weiter. Ich glaube, das, äh, das würde, es würde, glaube ich, es würde, glaube ich, tatsächlich schon reichen, das glaube ich auch. Joach, dann Glückwunsch Russland und wir gehen einen weiter, würde ich sagen. Das, äh, ist mir auch überhaupt nicht schwer gefallen, äh, Schweden ist auch ganz, 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 ganz klarer Finalkandidat oder wäre es gewesen, äh, The Mamas mit Move. Und die muss man eigentlich gar nicht mehr wirklich vorstellen, weil, äh, man sie noch vom letzten Jahr kennt. Die haben bei John Lundwig die, äh, ja, es ist fast ein bisschen gemein zu sagen, den Background-Gesang, weil irgendwie waren die fast die eigentlichen Stars. Diese, diese drei, äh, stimmgewaltigen Damen im Hintergrund, die haben seinem Song schon sehr geholfen, muss man sagen. Und die sind dieses Mal beim Melodie-Festivalen ohne ihn angetreten, also einfach als, als stimmgewaltige Dreier-Kombo. Und sie haben ganz, ganz knapp mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Und da muss ich aber auch gestehen, ich war in der Dotter-Army, ich wäre für Bulletproof gewesen. Aber, äh, trotzdem muss ich sagen, natürlich ist Move einfach so ein guter Laune-Song, man kann da kaum still sitzen, wie der Titel auch schon sagt. Und die reißen einen einfach so mit, also die sind so, so sympathisch und mit diesen starken Stimmen und, äh, ja, also man hat einfach Bock, das zu hören und, und es sind coole drei Minuten, man schaut denen gerne zu, man hört denen gerne zu und es ist ja sowieso schon schwer, dieses Melo zu gewinnen, das heißt, damit hast du ja eh schon mal viel erreicht. Und das sind auch Vorschusslorbeeren, die, die auch in dem Fall passen und also das wäre für mich ganz locker durchmarschiert. Und umso trauriger ist natürlich, dass, glaube ich, schon so am Tag nach der, nach der ESC-Absage Christa Björkmann gesagt hat, ja, Dankeschön, du Mamas, aber, ähm, wir machen natürlich nächstes Jahr wieder ein Melo, ja, also das, dass die jetzt, äh, nicht nochmal irgendwie antreten dürfen. Natürlich, vielleicht werden sie es beim Melo wieder versuchen, weiß ich gar nicht, aber, ähm, ja, das, das hätte einfach gut getan auf der, auf der Bühne im Halbfinale und im Finale, finde ich. Naja, wenn's, äh, wenn's fair zugeht, würden sie einen guten Song haben, müssten sie ja eigentlich, äh, müssten sie ja eigentlich einen Startplatz irgendwie auch bekommen, ne? Das, äh, das kann man, das kann man nur hoffen, ne? Außerdem dreht sich Schweden ja eh mal um sich selber mit, ich mach nochmal hier, also, dass die nochmal auftauchen, kann gut sein, aber, ja, gut, also, hätte ich denen schon gegönnt, mit dem Song da jetzt, äh, auftreten zu können, das ist, der hätte mir auch Spaß gemacht. Ja, die sind ja tatsächlich, ähm, auch, äh, bei den, äh, Pressekonferenzen von John Ludwig 2019, äh, in Tel Aviv ja auch immer sozusagen mit ihm in, in einem Zug immer auch vorgestellt worden, ne? Äh, äh, das sind die Mamas und so, also, gar nicht nur so, äh, die waren eigentlich die heimlichen Stars. Ja, die sind auch so präsentiert worden auf der Pressekonferenz, also, ähm, nicht so, das sind meine Background-Sänger, sondern, ähm, das sind die Mamas und natürlich auch mit Namen dann einzeln nochmal und dann haben sie auch, ähm, eigentlich immer jedes Mal auch eine, äh, Session dann gemacht und, äh, dann, äh, für die, ähm, ähm, äh, anwesenden Journalisten da nochmal, ähm, auch gesungen und so weiter, ähm, das, äh, das, äh, das, äh, das, das, das können die Schweden natürlich auch ganz gut. Ähm, ich mag dieses, ähm, ich mag dieses, ähm, ich mag dieses Gospel-Liege von diesem Song, ähm, sehr gerne und das sind halt, ähm, wenn man, äh, tatsächlich so manch anderen, äh, Beitrag irgendwie so hört, sind das einfach auch so, ähm, sehr, sehr gute Stimmen und das, äh, ist natürlich, ähm, ähm, äh, unbezahlbar, weil nach wie vor und hoffentlich noch sehr, sehr lange muss man ja beim ESC immer selber singen, das, äh, kann man ja nicht, äh, per Playback irgendwie halt machen und das ist schon, ähm, ja, das war einfach eine, eine logische Folge darauf, dass sie, äh, diesen, äh, dass sie John Lundwig sozusagen nochmal nachfolgen und, äh, da was Eigenes machen. Es ist aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder so, ja, Schweden, na, ähm, sehr perfekte Show, also, ähm, ist ja alles sehr so in Dunkel gehalten, ähm, die wenigstens bei dem Mellow-Auftritt, ähm, da ist es bei den Schweden ja meistens so, die setzen das ja dann auch meistens, äh, dann auf der ESC-Bühne fast eins zu eins so dann auch um, ähm, und, ähm, ja, und da ist mir da so ein bisschen, fehlt mir natürlich da auch ein bisschen was, nur bin ich jetzt auch kein großer Schweden-Fan, ähm, also nicht so per se, aber, ähm, in dem Falle ist das halt so, aber ich glaube einfach, ähm, mindestens die Juries, äh, werden Schweden, äh, oder würden Schweden wahrscheinlich ins Finale locker irgendwie reinwählen und deswegen, denke ich mal, wird das auch, ähm, gar kein Problem sein, ähm, dass sie dort landen. Ja, dann, äh, mache ich mit dem Nächsten weiter und, äh, das wäre bei mir Aserbaidschan. Ja. Es ist, ähm, Effendi, die, äh, Cleopatra singt, ähm, die ist, sie heißt eigentlich Samira Effendi, hat, glaube ich, irgendwann nochmal geändert, dass sie nur, äh, unter, als, als Effendi antritt, am, am Anfang war überall noch der komplette Name zu lesen, die ist, äh, 29, kommt aus Baku, also aus der, aus der Hauptstadt und, äh, ist so eine klassische, äh, aus dem Dunstkreis von Castingshows Teilnehmerin, also, es war zum Beispiel bei The Voice mal dritte und wurde intern ausgewählt, äh, das heißt, wir kennen bisher auch nur das Musikvideo, also, ich habe zumindest keinen Live-Auftritt von ihr gefunden, das hätte mich nämlich sehr interessiert, weil der Song auch so einen ganz ungewöhnlichen Aufbau hat, finde ich, also, das, das baut sich so spannend auf, die Bridge finde ich, finde ich super schön und der Refrain, der, der bricht dann so komplett, der ändert einmal komplett die Richtung, hat so eine, bringt so eine ganz andere Wendung rein, also, musikalisch und von der, die Stimmung ändert sich dadurch auch komplett und, äh, ich bin immer so, ich, ich brauche im, im Refrain immer so den großen Knall und das gibt es irgendwie nicht, also, es fährt irgendwie so ein bisschen zurück, aber so eine komplette Produktenttäuschung ist es für mich dann doch nicht, weil es doch irgendwie raussticht, das ganze Ding und da hätte es mich schwer interessiert, wie das auf der Bühne umgesetzt worden wäre, also, mit, mit diesen Breaks da drin und, und diesem Spannungsaufbau und das, äh, wahrscheinlich wäre es auch ziemlich pompös irgendwie inszeniert worden und rund um dieses Cleopatra-Thema kann man sich ja so einiges vorstellen, ähm, wird aber reichen, also, das sehe ich ganz klar auch im Finale, das stand bei mir auch nicht auf der Kippe, muss ich, muss ich gestehen und das ist übrigens auch schon fürs nächste Jahr bestätigt. Ja, bei dir auf der Kippe oder auch sicher? Nee, ich habe mich eigentlich gewundert, dass du das mit auf die Liste nimmst. Ich habe so gedacht, äh, nachdem wir, äh, ja, dann, nachdem wir ja darüber gesprochen hatten und du wolltest ja unbedingt, ähm, ähm, äh, die Ukraine, äh, rauslassen, ähm, um jetzt mal zu spoilern und bei Aserbaidschan habe ich so gedacht, na, das fliegt, das fliegt bei dir bestimmt raus, aber habe ich mich natürlich, ja, habe ich mich super gefreut, weil ich mag das auch, äh, mit paar Abstrichen, also, ähm, es ist natürlich, ähm, ja, ich finde diese, äh, auch, äh, also, die Nommio, Nommio, das ist auch schon so, auch schon so klasse. Ja, das, das als Einleitung für ein Refrain nach einer richtig geilen Rutsch, so, was ist denn da los, ja? Ja, das ist. Da macht halt auch irgendwie neugierig und gerade auf, auf, was, was das visuell halt auch hergegeben hätte auf der Bühne. Ja, ich bin mir, also, ähm, ähm, ich fand eigentlich auch, ich hätte auch gerne nochmal lieber was, äh, von ihr live irgendwie, äh, sogar vielleicht auch, äh, das Lied selber irgendwo noch gerne gefunden, äh, um da nochmal abzuchecken, irgendwie, äh, wird sie das denn überhaupt so bringen? Also, weil es ist ja so ein bisschen so eine Bewerbung darauf, sie möchte irgendwie so was Eleni-mäßiges irgendwie halt auf die Bühne bringen für Aserbaidschan. Ähm, da hat sie mit diesem Song natürlich, ähm, sehr große Chancen. Ähm, mich, also an dem, an dem Clip finde ich leider ein bisschen arm, wenn man jetzt schon so einen auf Kleopatra macht und man fährt dann aber einfach nur so in die aserbaidschanische Wüste und, äh, teilweise ist sie ja dann auch normal gekleidet, so wie so eine Hip-Hopperin, äh, wo ich dann so denke, ja, was denn nun? Ähm, wo ich dann manchmal denke, ja, also so ein Kleopatra-Thema, das muss man dann vielleicht auch irgendwie mal hinter ägyptischen, äh, Kulissen irgendwie halt machen, wo ich da so denke, hm, ist, äh, fehlt da vielleicht ein bisschen das Geld? Das kann aber auch die Strategie sein, dass sie auf der Bühne nochmal was richtig Geiles irgendwie machen wollten und, äh, dann vielleicht auch das Pulver nicht, äh, gleich im, im Clip irgendwie komplett irgendwie, äh, verschießen wollten, was ja auch nicht ganz, ähm, ganz verkehrt ist, aber ich finde das einfach, äh, super klasse, also das ist wirklich, ähm, äh, das wird auch die nächsten Jahre im Euro-Club gespielt werden und, äh, das ist halt, ähm, das ist einer der Songs, wo ich wirklich gerne gewusst hätte, äh, wie machen die das jetzt zum Schluss? Ähm, eigentlich lebt sowas ja eben halt auch von vielen Tänzern, da ist sie dann ja im Grunde auch ein bisschen eingeschränkt und kann ja dann nur mit fünf weiteren Tänzern da irgendwas machen, aber das, äh, das ist schon, äh, und ich glaube, der Song ist auch nicht ganz unanspruchsvoll zu singen, insofern, äh, wenn das, wenn sie jetzt mit einer dünnen Stimme daherkommt, dann würde, glaube ich, das ganze, äh, dieses ganze Werk in sich zusammenfallen und dann würde man sagen, also, na gut, okay, das war dann also Kleopatra, also das, äh, deswegen, das, äh, das lässt uns jetzt leider so Fragen zurück, aber von der Tendenz her, für mich ist dieses Ding also auch, äh, komplett, ähm, komplett dabei. Also ich glaube, bei Aserbaidschan ist noch nie was am Geld gescheitert, das nur nochmal. Ja, sie sind aber auch schon mal, ich glaube, 2018 sind sie ja auch mal rausgeflogen, ne? Also sie sind zwar, ähm, in ihrer relativ, äh, kurzen, äh, Zeit, die sie beim ESC irgendwie teilnehmen, glaube ich, fast jedes Mal irgendwie ins Finale gekommen, aber eben, ähm, auch schon mal rausgeflogen und, ähm, das ist, aber die holen sich auch, äh, mit dem schlechtesten Lied geworden. Ja, ja, die, die holen sich auch, äh, immer internationale Komponisten und so weiter, die wollen das Ding natürlich nach 2012, äh, nochmal, ähm, nochmal in ihr Land holen, also insofern, ähm, da merkt man auch, die wollen das auch und insofern ist das halt auch, äh, wirklich ganz, ganz klasse. Ja, dann sind wir uns auch da einig, das ist schön für die Nachbesprechung. Ähm, mal sehen, wie es beim nächsten ist und zwar, äh, für mich auch im Finale Belgien. Mhm. Äh, Hooverphonic mit Release Me, das ist ein Trio, das es schon sehr lange gibt, seit, äh, 1995, die allerdings öfter mal die Sängerin gewechselt haben und, äh, die neueste Sängerin, äh, haben sie erst seit 2017, glaube ich, also die ist ganz jung, das hört man ja, hört man auch ihrer Stimme an, gefällt mir aber auch ganz gut, die hat eine sehr schöne Stimme. Mein Lieblings, äh, Funfact zur Band ist noch, dass sie zuerst Hoover hießen und sich dann wegen der Staubsaugerfirma umbenannt haben. Irgendwas ist immer. Äh, sie waren der allererste Act, der feststand tatsächlich für den, für den ESC 2020, aber nur der Name. Also auf den Song haben wir dann auch länger gewartet. Und es gibt auch immer noch keine Live-Version, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wir kennen nur die Studio-Version und die ist, äh, sehr schwermütig und düster, finde ich. Und wie schon gesagt, die Stimme sticht für mich raus, die ist, die ist sehr schön. Bin gar nicht so der Fan von so, von so hellen, klaren Frauenstimmen, aber doch, ähm, spricht mich doch irgendwie an. Ähm, trotzdem für mich so als, als Qualifikant dann doch auf der Kippe, muss ich gestehen. Also es ist, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet und ich weiß nicht, ob das gezündet hätte. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass das ungefähr so ausgegangen wäre wie letztes Jahr mit Belgien, mit, äh, Elliot, wer sich da noch dran erinnert, der ja auch so verloren auf der Bühne wirkte. Und das hätte denen mit dem Song auch passieren können, finde ich. Aber ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie weiterkommen. Der Song ist okay. Ähm, ja, aber, ähm, auf der Kippe für mich. Für dich auch? Ja, für mich wäre es, glaube ich, auch auf der Kippe. Ähm, man muss sagen, ähm, das ist eine Band, auch wenn man jetzt dieses offizielle Video sieht, das ist auch so in schwarz-weiß gehalten mit Streichern und so weiter. Da wird sich auch so um, ähm, alles so drumherum und so weiter sehr stark, äh, gekümmert. Mich hat das, ähm, als, als die bekannt gegeben worden sind, die Hovaphonic, da gab es ja, ähm, so ein Hit aus dem letzten Jahr oder so, Horrible Person. Das habe ich dann mal eine Zeit lang wirklich bei mir in einer Playlist auch rauf und runter gespielt. Und da habe ich so gedacht, boah, da kann, da kann, da kommt bestimmt was ganz Tolles von denen. Und das ist jetzt irgendwie ein bisschen, das ist so ein Song, wenn wir so wie wir, ähm, so eine, so eine, so eine Playlist haben, dann hört man sich das ja schon auch des Öfteren mal an. Und dann kann man Release Me auch irgendwann auch tatsächlich genießen. Und dann denkt man auch so, ja, doch, das ist schon, das ist sowohl stimmlich als auch von der Musik und so weiter schon ganz gut. Aber wenn man das das erste Mal hört, dann glaube ich, ähm, also das ist, glaube ich, so ein Kandidat, ähm, wo man sagt, ähm, tolles Lied, tolle Verpackung, aber wird, wird wohl, hat wohl leider das, ähm, Finale dann leider verpasst. Also in dem Falle, glaube ich, ähm, Hovaphonic darf ja auch wieder, äh, antreten nächstes Jahr mit einem anderen Song. Und ich glaube, da wird es, glaube ich, eine Verbesserung geben. Ähm, also ich glaube, die haben sich sicherlich was Gutes dabei gedacht. Aber ich glaube, dass, ähm, äh, das ist ein bisschen Mainstream, muss man, glaube ich, schon anbieten beim ESC. Und, äh, ich glaube, das ist dann doch ein bisschen so, ähm, zu spitz auf eine bestimmte Zielgruppe, äh, zugespitzt. Ja, und auch zu schwer für so eine große Bühne wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, also bei mir geht's trotzdem durch. Ich, äh, ich hätte das sehr gewollt. So. Das, das reicht mir jetzt als Kriterium einfach. Ja, ja, ja. Es geht, es geht hier sehr wissenschaftlich vor. Ähm, ja, next one, ähm, Israel. Das ist, da bin ich mir relativ sicher. Also das, da musste ich nicht so lange nachdenken. Ähm, Eden Alene heißt die, ähm, Fekke Libir, Libi ist, äh, der Song. Und der wurde rausgesucht in einer Show. Also sie wurde, äh, intern ausgewählt und dann wurde der Song für sie noch gesucht. Ähm, die ist 19 Jahre alt, in Jerusalem geboren und ist, äh, die Tochter von jüdisch-äthiopischen Einwanderern und, äh, hat früher im Chor gesungen, kommt, äh, auch über mehrere Castingshows. Und, äh, dieses The Next Star ist ja auch die, die Show, in der, ähm, erstmal der, der Teilnehmer für den ESC gesucht wird. Da hat sie gewonnen. Und dann folgt ihr, wie gesagt, diese, diese Songfindung auch nochmal per Show. Das offizielle Video ist einfach der Auftritt von dieser Show. Also das Live-Ding, was wir dann auch kennen. Und ich muss sagen, da kommt sie richtig sympathisch rüber und man merkt, dass sie auch live was kann. Dass sie gut singen kann. Das, äh, Tanz sitzt auch gut. Ähm, der Song, der hat sehr viel. Manchmal denke ich mir, der hat auch echt zu viel. Also, der wechselt auch oft so die Richtung und den Stil. Und als Krönung kommen insgesamt fünf Sprachen vor. Eine davon ist sogar erfunden. Also, es geht völlig durcheinander. Da hätte ich mir so ein bisschen die Konzentration gewünscht. So ein bisschen aufs Wesentlichere, dass man weiß, was will der Song, wo will der hin und was will der uns erzählen. Denn so hat der so viel Aussage und Durcheinander und das in drei Minuten, dass man eigentlich gar nicht richtig mitkommt. Wobei ich dann aber auch doch wieder sagen muss, so die letzten Sekunden, die dann so spitz zulaufen auf das Finale von dem Song, die finde ich einfach richtig, richtig gut. Also insgesamt gefällt mir das sehr. Das hat eine super Ausstrahlung. Und, äh, das wäre für mich locker ins Finale gegangen. Ja, zumindestens ist es, ähm, vermittelt ist, ähm, gute Laune. Das ist bunt und fröhlich und, äh, ein bisschen erinnert mich das an, äh, Norwegen 2011, Habar, Habar, ne? Das war ja auch so ein bisschen so mit afrikanischen Klängen und so. Ähm, ist dann leider nicht. Das war, glaube ich, nicht mal ins Finale gekommen. Genau, ist noch nicht mal ins Finale gekommen. Ähm, ich habe bei dem Song so ein bisschen das Problem, ich vergesse ihn auch wieder ganz schnell. Was ja dann manchmal so beim, beim ESC ja auch nicht unbedingt gerade sehr förderlich, ähm, halt auch ist. Ähm, ja, also, und ich finde so ein bisschen, Israel hat auch schon mal bessere Sachen gebracht. Also, ähm, die Auswahl der Songs da beim, äh, bei diesem Vorentscheid da in Israel waren jetzt, äh, die anderen jetzt auch nicht alle so, so besonders toll. Also, also, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also, ich, ähm, weiß es nicht, ob das wirklich, ähm, ob das wirklich ins Finale gekommen wäre. Also, ähm, man kann da so wenig dazu, äh, dazu, darüber jetzt irgendwie Schlechtes sagen, aber ich finde es ein bisschen beliebig. Also, ich wäre böse gewesen, wenn es nicht ins Finale gekommen wäre. Gott, ich hasse diesen Konjunktiv, in dem wir die ganze Zeit reden müssen, davon abgesehen. Ja, stimmt, das ist wahr. Ja, aber, äh, für mich ist es auf meiner Liste, ganz, ganz klar. Und ich höre den auch ab und zu mal so auf meiner Playlist, muss ich gestehen. Finde ich gut, gefällt mir. Einig sind wir uns jetzt aber bestimmt. Und zwar bei Malta. Ja. Das ist, äh, Destiny mit, äh, All of my love. Da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, weil du bist ja hier, wie wir festgestellt haben in den letzten Monaten, der große Fan des, äh, Junior ESC. Ja, ja. Und, äh, den hat sie tatsächlich, also heute ist sie 17 Jahre alt, aber den hat sie tatsächlich vor ein paar Jahren mal gewonnen, ne? War das einer, den du geguckt hast? Weil ich hab's nicht gesehen. Ja, ich weiß, ich weiß jetzt nur im Moment gerade nicht, welches Jahr das war. Das muss so, ähm, ja, du kannst ja mal weitererzählen. Ja, ich, ich, äh, 2015? Ja. Ja, genau. Äh, doch, da kann ich mich dran erinnern, den hab ich auch, glaub ich, tatsächlich, äh, geguckt, ähm, mit dem Song Not My Soul. Ähm, und die ist da so über die Bühne, äh, gestratzt und, ähm, hat auch damals schon, ja, ja, die ist ja noch sehr jung. Ach so, du hast gesagt, die ist 17. Ich hatte irgendwie mal hier aufgeschrieben, die ist 18, aber dann hat die wahrscheinlich noch nicht ihren 18. Geburtstag gehabt. Ähm, und da war die ja, äh, guck mal, das ist fünf Jahre her, dann war die, da war die irgendwie zwölf Jahre alt oder so und die hat da schon eine super Stimme gehabt. Also, ähm, das war wirklich, da hat man eigentlich die letzten Jahre auch immer drauf gewartet, dass die irgendwann mal, äh, für Malta, ähm, beim ESC auch antritt, weil sie da wirklich, ähm, da hervorragend, aber ich will da jetzt nicht vorgreifen, du hast ja da noch was anderes vorbereitet. Ja, naja, ähm, das, äh, kommt eigentlich schon mit dem hin. Ich, wie gesagt, ich hab sie damals nicht gesehen, weil ich den Junior-ESC jetzt nicht wirklich gucke. Echt? Ach so, ich dachte, du guckst den so gerne. Du hast mich gezwungen das letzte Mal. Toll, das war das einzige Event in dieser Saison, geil. Nee, aber deswegen, ähm, kannte ich sie jetzt vorher nicht und war aber dann trotzdem, also, sie ist ja als, äh, als Gewinnerin von X-Factor Malta dann an dieses Ticket gekommen und dann kam irgendwann der Song danach, ne? Ja, also, so war, war da, glaub ich, der Ablauf auch. Und dieser Song, der ist ja einfach, der hat ja richtig Power, der ist ja, der ist ja richtig stark aus der, aus der Stimme, aus dieser Ausstrahlung und wir kennen, glaub ich, nur dieses Video auch wieder. Es gibt keine Live-Version, was die Sache auch wieder so geheimnisvoll macht, aber dieses Video, das ist ja inszeniert, als wäre das so eine richtige Massenbewegung, so, yeah, und jetzt, jetzt alle hier los und irgendwie wird alles toll. Also, das guckt man sich ja auch gerne an, das ist, der, der Song hat so eine, so eine Power und finde durchaus, der hat, ähm, je nach Inszenierung schon auf jeden Fall Top-5-Potenzial. Also, weil sie einfach so stark singend so eine, so eine gute Ausstrahlung hat, wenn man das gescheit auf die Bühne bringt, dann wow. Also, so überzeugt der mich auch schon. Wenn, wenn der noch live überzeugt und ihre Stimme macht das sicher, die Inszenierung, da kommt das Fragezeichen dazu, dann, ja, hätte, hätte derbe was werden können. Ja, wie gesagt, bei ihr weiß man eben halt auch, dass sie gut singen kann, da braucht man, ähm, da gibt's ja auch, ähm, da gibt's ja dann auch so ein paar andere Beispiele, nicht von dem Song, aber, ähm, da braucht man sich tatsächlich keine Gedanken machen. Und sie, ähm, das war ja auch ein sehr langwieriger, äh, Vorentscheid, der ging ja auch über, äh, mehrere Runden und so weiter. Und da hat sie sich ja dann tatsächlich, ähm, ähm, äh, ganz schön durchgekämpft. Und insofern, ähm, ist das nicht nur einfach so, naja, wir haben sie jetzt mal irgendwie bestimmt, sondern sie hat sich da auch tatsächlich, ähm, ordentlich, ähm, dann ins Zeug gelegt, dass sie dann auch für den ESC antreten kann. Umso trauriger ist es jetzt halt tatsächlich, dass sie, ähm, da jetzt, äh, nicht gesetzt ist, äh, für Malta, ähm, weil das wäre wirklich, und, äh, ich denke auch mal, es kommt ein bisschen darauf an, was sie da auf der Bühne gemacht hätten. Und das hätte, glaube ich, noch mal während der Probenwochen noch mal zu einem, äh, Schub geführt, dass sie vielleicht noch weiter nach vorne kommt. Also sie wird ja immer so ungefähr so in den Top Ten auch so mitgehandelt oder mindestens Top 15 oder so, wenn man auch so bei den, ähm, Abstimmungs-Apps der, ähm, der Fans irgendwie halt mal sich so, ähm, reinklickt. Also insofern ist das halt, was ich in dem Video, ähm, ein bisschen nicht so gut finde, sie sieht da derbe alt aus. Also, äh, dafür, dass sie 17 oder 18 irgendwie halt ist, ich finde, die sieht da locker 20 Jahre älter aus. Also das hätte man, glaube ich, ein bisschen anders, ähm, machen können, ein bisschen jünger und so. Und, äh, und ich finde immer so witzig bei den, äh, maltesischen Videos irgendwie, irgendwie finden sie immer an der gleichen Klippe irgendwie halt statt. Also, äh, das ist immer so, das, da sind ja so, ähm, wie nennt man das so, 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 so Parkourläufer, glaube ich auch so, die dann so oft, äh, da ist irgendwie so eine, so eine, so eine Felsenburg oder so. Und die sieht man dann da auch irgendwie so rum. Die tragen ja auch alle Mundschutz. Was wussten die, was wir da, was sie nicht wussten. Ja, das ist halt irgendwie, ähm, auch wieder sehr, äh, vorausschauend gewesen. Und, äh, aber in dem Gesamtpaket, also Malta würde ich auch ganz, ganz sicher da drin, ähm, halt sehen. Also das ist halt wirklich. Und mich hat sie, äh, tatsächlich auch beim Junior Eurovision, da war sie auch wirklich, äh, der eindeutige Sieger. Also da, da, finde ich, gibt's eigentlich, äh, da kann man jetzt nicht sagen, nee, da hätte jemand anders, sondern die hat das, äh, wirklich, äh, auch gerockt. Irgendwie in ihren ganz, ganz jungen Jahren. Ähm, das war wirklich, äh, ganz hervorragend. Ähm, also das, ja, auch hier wieder sehr schade, auch für den Song, äh, für sie und für den Song, ähm, dass es eben halt, ähm, leider, äh, mit dem ESC 2020, äh, nichts wird. Jo, und ich knüpfe jetzt an deinen, äh, Sie sah im Video sehr alt aus Gedanken an, um überzuleiten zu meinem nächsten Qualifikanten, und zwar Norwegen. Ulrike mit, äh, Attention, die ist hervorgegangen aus einem, wie ich fand, sehr schönen Melodie Grand Prix. Also die hatten ja diese, äh, diese Halbfinals, die stattfanden, wie viele waren es? Fünf, ne? Die in unterschiedlichen Regionen, wo immer, immer vier angetreten sind, und einer hat sich dann fürs Finale qualifiziert, und sie hatten fünf schon vor, vorqualifiziert fürs Finale. Das heißt, das ging über mehrere Wochen, das steigerte dann auch so schön so die Vorfreude auf die große Show. Und zwar auch diese, diese Halbfinals, die waren ja auch alle keine ewig langen Shows, also das ging ja relativ schnell. War immer so in, weiß ich nicht, guten Stunde oder so durch. Und das waren so schöne Häppchen hin zur großen Show, das hat mir als Konzept sehr gut gefallen. Und, äh, gewonnen hat dann am Ende Ulrike, die ist 24 Jahre alt, sieht auf der Bühne eigentlich doppelt so alt aus. Weiß nicht, was sie da mit ihr gemacht haben. Es kommt auch so aus der Castingshow-Ecke von Idol, The Voice und so Zeug. Ich, ähm, war auch schon mal bei Melodie Grand Prix dabei, ist, äh, vor drei Jahren da mal vierte geworden. Und hatte dieses Mal einen Song, der geschrieben wurde, unter anderem von Chetil Möhrland, den man noch kennt aus, äh, Wien 2015 mit Monster Like Me. Das ist für mich immer noch einer der, der allerschönsten ESC-Songs und gerade Duette, muss ich sagen. Und, äh, den hört man auch raus, finde ich, aus ihrem Song. Also, so diese, diese große Ballade mit der großen Geste, irgendwie, das, das kann er halt irgendwie einfach. Und das hat er da auch wieder hingekriegt. Das hat mich dann auch sehr gefreut für ihn, dass er da, dass er damit gewonnen hat. Hatte mich auch schon gefreut, ihn dann in Rotterdam mal wieder zu treffen. Ja gut, wird jetzt irgendwie nix. Ähm, aber der Song, ich, ich mag den einfach. Also, der ist, der ist wirklich sehr klassisch aufgebaut, klar, kann man sagen. Und dann auch sehr berechnend irgendwie mit Steigerungen und immer wieder. Und am Ende das große Finale im Goldregen. Und dann, das fand ich auch schön, so, auf der Bühne nur Gold, alles, alles fliegt durcheinander. Und sie singt dazu, I just want your attention. Das ist so, ja, so viel Gold, wie da fliegt, das wirst du schon geschafft haben. Ja, das stimmt. Als würde irgendwer so eine brennende Warnfackel durchs Fenster werfen. Und dann so, ah, ich wollte nur mal Hallo sagen, ne, weitermachen, nicht stören lassen. Also, das ist so, das ist echt so der Dampfhammer, so, ja, okay, du hast meine Aufmerksamkeit, weil der spritzt grad Gold um dich rum, wie Sau, ja. Ähm, das war witzig. Und dann gab's ja auch noch in dieser Show diese komischen technischen Probleme, dass man eigentlich per Internet abstimmen konnte über die Finalisten. Und dann haben die Emojis, die man auch drücken konnte, die dann in die Show geflogen sind, das ganze System lahmgelegt. Da musste ne Backup-Jury die Finalisten bestimmen. Und diese Backup-Jury hat aber schon vorher entschieden, also nicht aufgrund der Live-Auftritte, was diese ganze Show dann, zumindest die ersten zehn Auftritte, komplett überflüssig gemacht hat. Und da gab's von vielen Künstlern und so dann eher noch böses Blut im Nachgang. Aber ich finde, trotzdem hat am Ende einfach die richtige Künstlerin, der richtige Song gewonnen. Und vielleicht wär's manchen zu altbacken gewesen, aber ich glaube, Finale komplett kein Thema und hätte auch die Top Ten klappen können müssen. Also mich erreicht es. Ja, bei dem Auftritt von Ulrike, da kann man sich schon sehr gut vorstellen, wie das auf der ESC-Bühne auch gewesen wäre. Ähnlich wahrscheinlich auch, sehr viel Gold. Weil da haben sie ja auch, da haben sie ja auch im Grunde genommen so von der Bühne her schon wirklich so ESC-like das dargestellt und so weiter. Das ist schon wirklich, da kann man schon sehr viel von ableiten. Ich hätte tatsächlich eher die Christine Husseu irgendwie gesehen mit Pray For Me. Das war so ein bisschen … Ich nicht, aber das war krass knapp. Das war irgendwie … Eigentlich war die die ganze Zeit vorne am Ende, weil die Abstimmung war ja dann wieder eine Publikumsabstimmung, da hat's ja wieder geklappt. Und es war irgendwie so 50, noch was zu 49, noch was Prozent am Ende. Das war richtig, richtig knapp. Genau. Also die hat das ja so in so einer … Das war so ein bisschen so in Anlehnung von Adele so ein bisschen so ein Song. Und die fand ich frischer. Die fand ich wirklich auch ein bisschen frischer. Und bei Ulrike, da war das halt so … Ja, die war halt natürlich auch so ein bisschen ein paar Jahre älter gekleidet. Das hat mich da jetzt so nicht so sehr dran gestört. Aber das war für mich so ein bisschen zu sehr auf ESC irgendwie halt gemacht, so der Song. Also ja, womöglich wäre sie auch ins Finale da mitgekommen. Aber also mich persönlich hat's jetzt nicht so wahnsinnig toll erreicht. Was ich toll fand, war tatsächlich dieser gesamte Ablauf dieses Melodie, dieses Melodie Grand Prix's. Da gab's ja irgendwie ein Jubiläum. Ich glaub, die waren zum 50. Mal, glaub ich, beim ESC irgendwie dabei. Und haben das … haben dann sozusagen nicht nur ein Finale gemacht, sondern gleich fünf, sehe ich jetzt hier bei Wikipedia. Und insofern, den norwegischen Vorentscheid, den kann man sich eigentlich immer jedes Jahr ganz gut angucken. Da ist wirklich … das ist vom Unterhaltungswert auch wirklich immer sehr, sehr schön. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher mit Norwegen, ob das wirklich … ob das wirklich gezündet hätte. Das weiß ich nicht so genau. Bei mir schon. Und sie hat angeboten bekommen, im nächsten Jahr wieder einen Platz im Melodie Grand Prix Finale zu kriegen, hat das aber abgelehnt. Also mal schauen, wie das da weitergeht, ob sie nochmal irgendwie auftaucht und es nochmal versucht. Wir wissen es noch nicht. Aber das klingt ja danach, als würden sie auf jeden Fall an diesem Vorentscheid grundsätzlich festhalten. Und wie du schon sagst, den kann man sich gerne mal reinziehen. Dann haben wir ja noch einen Platz zu vergeben. Stimmt, das ist noch ein letzter. Und den, wenn ich jetzt sage, den kriegt die Ukraine, dann fällst du einmal rückwärts runter. Einmal schön mit dem Sendedokument gefoppt. Nein, die kann natürlich nicht die Ukraine. Den kriegt von mir Rumänien. Und zwar Roxen mit Alcohol You. Und ich muss gestehen, ich habe den Wortwitz im Titel und damit auch im Refrain, glaube ich, so drei Tage vor der ESC-Absage kapiert. Da war ich ganz stolz auf mein Gehirn. Dass ich den Moment noch erleben durfte, weil vorher dachte ich, was will die eigentlich von mir? Ist eine 20-jährige Sängerin, die intern ausgewählt wurde nach einem Songwriting-Camp, das man gemacht hat. In Rumänien ist es wohl schon ein bisschen bekannter mit ein paar Radio-Hits. Und es gab dann fünf Songs, die vorgestellt wurden in einer Show. Und Alcohol You war dann der Sieger. Und wie gesagt, dieses Wortspiel fand ich schwer zu verstehen. Da bin ich auch schon wieder so hin- und hergerissen. Wenn ich länger brauche, das zu verstehen, dann ist es vielleicht auch was, was nicht so richtig sofort jedem Zuschauer klar wird, der eben an diesem Abend das das erste Mal sieht. Also es ist so ein bisschen wie dieses ... Wir hatten, glaube ich, alle bei Madame Monsieur, als wir zum ersten Mal Merci gehört haben, dachten wir, warum singen die denn Dankeschön, 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 Dankeschön? Und als man dann den Song kapiert hatte, war das ein wunderschönes Ding mit einer wunderschönen Message. Aber ich glaube, dass dieses Dankeschön, 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 diesen Impuls hatten ganz viele, die das an dem Abend zum ersten Mal gesehen haben. Deswegen sollte man das auch nicht unterschätzen. Da bin ich mir so ein bisschen unschlüssig noch, ob ich einfach viel zu doof bin oder ... Ich glaube auch, dass es ein Song ist, der sehr in Richtung jüngere Zielgruppe geht, weil das auch wieder so ein Refrain ist, der jetzt nicht zündet, wie wir es eben bei dieser Ballade aus Norwegen hatten, sondern das ist einfach so mehr so Billie Eilish, so ein Refrain, der sich so windet um sich selber. Und ja, das ist spannend, das ist okay, das ist ... Finde ich auch gut. Wie gesagt, weiß nicht, ob die Zielgruppe da so ganz passt. Ich hätte es reingewählt, vor allem auch, weil ich ihre Stimme in den Strophen, die hat mich extrem an Maria Mena erinnert, falls die dir was sagt. Das ist eine norwegische Sängerin. Okay. Und die höre ich total gerne auch. Und da dachte ich erst mal so, huch, warum singt denn Maria Mena da jetzt was für Rumänien? Refrain wäre bei allen Maria Mena-Songs ganz anders, aber das war so für mich der erste Hinhörer. Und ich glaube, das hätte schon funktioniert. Also das ist auf meiner Quali-Liste schon dabei. Ich wäre jetzt nicht mit gebrochenem Herzen aus der Show rausgegangen, wenn es dann doch nicht geklappt hätte. Aber auf meiner Liste ist es dabei. Willst du das mal auflösen mit diesem Wortwitz? Ich habe das auch erst in der Lyrik dann irgendwie auch nachgelesen und dann gesehen, dass das ... Naja, es geht darum, dass sie halt irgendwen anruft, wenn sie betrunken ist. Und deswegen ist es dann quasi in so ein bisschen betrunkener Sprache. Dieses Alcohol you is I call you. When I'm drunk geht dann der Text weiter. Also da habe ich einen Moment gebraucht und auch als ich es verstanden hatte, dachte ich, naja. Naja, das ist eben halt so, wenn halt, sagen wir mal, 80 Prozent der Zuschauer dann eben nicht so der englischen Sprache mächtig sind, ist es dann natürlich tatsächlich schwierig, so einen Wortwitz dann auch so unterzubringen. Naja, andererseits hören die wahrscheinlich Alkohol und denken, bin ich dabei. Ja, der Titel ist ... Der Titel ist ja auch Alcohol you, ne? Ja, ja. Nur in den Lyriks ist es dann I'll call you, ne? Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht, wie es in den geschriebenen Lyriks dann am Ende ist. Es ist ja im Refrain auch extra so ein bisschen so diese betrunkenen Sprache, dass du so beides verstehen kannst. Ja, aber auch so von der Präsentation noch des Clips ist es irgendwie auch ganz, ganz schön. Ich glaube, es waren drei Songs, glaube ich, dann waren zur Auswahl, ne? Da gab es dann so einen Vorentscheid, wo das Publikum und eine Jury dann irgendwie halt den Song aussuchen konnten. Und aus Rumänien kommen sowieso, finde ich, immer sehr, sehr schöne und sehr innovative Sachen ja auch so teilweise. Und ja, und ich sage mal so, mittlerweile hat Billie Eilish natürlich auch irgendwie in der Musikwelt ordentlichen Einfluss genommen. Und das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung mit Roxanne. Und, aber ich, ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn Rumänien ins Finale irgendwie halt reingekommen wäre. Das wäre schon wirklich ganz, ganz schön gewesen. Ja, und um dieses Halbfinale jetzt mal abzuschließen und ich gebe dir einen Anknüpfungspunkt. Ich sage mal, Finalist ehrenhalber für mich der Doppelherzkorb aus der Ukraine. Ja, das ist ja, das ist ja Ukraine, ne? Dieses Soloway, das soll ja die Nachtigall sein. Ja, genau, die Nachtigall soll das ja sein. Ist halt so eine Mischung aus diesem weißen Gesang, wie man ihn aus der Ukraine und aus Polen irgendwie halt kennt. Jedenfalls so aus dieser Ecke. Und ja, von der, die Gruppe heißt Goa. Ich kann mich daran erinnern, dass ich sogar auch den Song so in diesen, die Ukraine macht ja auch immer mit sehr vielen Vorrunden und so weiter, Vorentscheide. Und an diesem einen Samstag, es geht ja meistens so unserer Zeit immer so gegen 18 Uhr irgendwie halt los, bevor die anderen Sendungen alle so loslegen. Und da habe ich dann so den Anfang, da waren die irgendwie halt dann auch mal in einer dieser Vorrunden. Und das hat mir auch schon gleich gefallen, diese Mischung aus diesem weißen Gesang und dem modernen Pop. Das ist schon wirklich ganz, ganz groß. Wird auch in ukrainisch gesungen. Und ist mir so ein... Ich setze das gesungen mal in Anführungszeichen. Und ist, ja, und der Text ist halt sehr, sehr lyrisch. So, es geht um die Nachtigall singen nicht früh. Es geht um Natur, es geht um Täler und so weiter. Also die schöne Natur der Ukraine. Aber das Ganze im Gegensatz zu Polen, die ja im letzten Jahr 2019 so eine, so ein Frauenchor mit weißem Gesang hatte, finde ich das jetzt noch ein bisschen moderner und ist einfach auch mal so ein Beitrag, wo man auch einfach mal hört, der kommt jetzt einfach auch mal, ja, aus dieser Gegend und ist jetzt nicht unbedingt eine schwedische Komposition. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn so einige Leute sagen, ja, das schneidet mir den Schädel auf oder was ich noch so alles irgendwie darüber gehört habe. Also insofern, wir haben uns ja auch schon über weißen, grauen und schwarzen Gesang irgendwie unterhalten. Und insofern, das wäre vielleicht so, wo ich jetzt sagen würde, die Ukraine könnte man vielleicht gegen Belgien austauschen. Die ist, glaube ich, ein bisschen schwerer, aber ich glaube auch vielleicht oder alternativ so gegen Israel vielleicht irgendwie austauschen könnte. Das könnte ich mir tatsächlich irgendwie schon vorstellen. Bei den anderen, die jetzt nach deiner Liste rausgefallen sind, da sind also Irland dabei, Nordmazedonien, Slowenien, Weißrussland, Kroatien, Zypern, muss ich sagen, da kann ich mit leben. Da ist, also ich finde zum Beispiel Kroatien, auch Slowenien und Zypern sind auch tolle Songs, auch bei der, bei der slowenischen Sängerin, muss jetzt gerade mal eben gucken, wie hieß die denn nochmal? Anna Soklitsch. Ja, genau. Die hat zwar eine sehr interessante Stimme, aber ich finde, Dieses Lied zündet doch nicht genau wie die anderen, die du gerade aufgezählt hast. Ja, und das Lied ist wirklich langweilig und belanglos. Und dieser Sängerin hätte man wirklich einen viel besseren Song komponieren können. Und das ist wirklich irgendwie, ja, wenn ich mal, ich höre ja meistens beim Einschlafen nochmal irgendwie so Podcasts oder auch mal so ein bisschen Musik oder so, das könnte man gut dann einschalten, dann werde ich, glaube ich, auch ganz schnell einschlafen. Das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Und ja, und wie gesagt, bei der, was hatte ich, was hatten wir da noch eben? Ähm, Zypern war, glaube ich, noch dabei. Ähm, das finde ich auch absolut belanglos. Und auch Kroatien finde ich mega langweilig. Ähm. Ja, da bin ich so enttäuscht, weil ich bin eigentlich durchaus empfänglich für so eine gute Balkanballade. Aber das, das hat gar nichts. Und auch, es gibt ja, also, es ist ja auch durch einen, durch einen Vorentscheid, also, es gibt auch einen Live-Auftritt. Und es steht da auch einfach so ausdruckslos und dann der Frauenchor holt da auch nichts mehr raus und so, das ist so schade. Weil eigentlich so, Balkanballaden, das hat so ein bisschen immer was für mich. Also, da finde ich immer mal so eine heimlich gut, aber das geht, bei der geht das nicht. Ja, und bei, bei, was haben wir noch? Ähm, Nordmazedonien, bei dem Vasil, da, ähm, da kann ich einen Song, das ist irgendwie, glaube ich, auch ein Hit geworden in seinem Land, Part to Warm. Ähm, das ist wirklich ein toller Song. Ähm, den habe ich mir mal, ähm, auch auf meine Playlist mal gepackt, als bekannt wurde, dass er von Nordmazedonien irgendwie halt antritt und so. Da habe ich so gedacht, oh, da kann ja wirklich was Tolles kommen. Das Lied von ihm, was jetzt für den ESC vorgesehen war, finde ich eher mäßig. Ich, das ist irgendwie so, ja, also man könnte sich natürlich gut vorstellen, dass wenn so Länder wie Litauen, ähm, Slowenien dabei sind und so, dass die natürlich Nordmazedonien vielleicht noch irgendwie, ähm, auch Punkte geben könnten. Aber, ähm, das glaube ich, äh, eher fand ich jetzt nicht so toll. Und bei Irland war es jetzt so ein bisschen so, ähm, da, ähm, äh, ist es tatsächlich so ein bisschen gekommen, wie das mal bei Nicky Bryan war, 2016. Der eigentlich auch mit so einem, wie man immer so schön sagt, so ein Song, der kann auch im Radio laufen, äh, auch ganz toll. Und dann ist er auf die Bühne gekommen und dann war die Stimme aber leider sehr mäßig. Und das ist bei Leslie Roy, glaube ich, genauso. Die hat noch so einen Auftritt von diesem Home, ähm, ähm, ESC. Da gibt's ja jetzt so, äh, so eine Reihe, ähm, auf dem offiziellen Eurovision-Kanal, äh, wo die so Wohnzimmerkonzerte geben. Und da hat sie dann so nettermäßig dann irgendwie auf so einem Effektgerät sozusagen, äh, den Song dann eingespielt und live gesungen. Und da hab ich so gedacht, hm, das ist ja aber, ähm, gar nicht mal so geil. Und, ähm, äh, da hab ich so gedacht, ja, ich glaube, wenn die erstmal da auftritt, ich glaube, dann wird die einfach an ihrer Stimme, glaube ich, äh, auch scheitern. Und da wird das, glaube ich, da wird das, glaube ich, äh, nicht so gut. Bei dem Song, bei der Studio-Version. Ach, Irland, ey. Ja, bei dem, bei der Studio-Version würde ich sagen, ja, äh, also ich muss schon mitwippen. So, ich find's auch, äh, ganz okay und so. Aber, ähm, das wird, glaube ich, bei der, bei der, ähm, äh, das wird irgendwie auf der Live-Biene, würde das mit ihr nicht funktionieren. Da ist, da ist die Stimme einfach viel, viel zu dünn. Also insofern, äh. Ja, ich fürchte auch. Also das, netter versuchen, alles, alles schön bunt und sympathisch und, aber, ach, ist das wieder so Irland, wo man denkt, ja, Leute, ey, ich würd's euch ja so gönnen, aber das ist schon wieder nicht wirklich was. Ja. Ja, insofern, äh, ich, ich kann damit leben. Ich würde, äh, ich persönlich würde, äh, Ukraine irgendwie statt Belgien oder Israel irgendwie, äh, nochmal. Das heißt, wir haben nur einen Streitfall. Ja, also, ähm, es ist wie gesagt, ähm, A, finde ich sowieso insgesamt diesen, äh, Jahrgang 2020, ich find ihn gar nicht so schlecht. Es sind in meinen Augen nicht so wahnsinnig viele Ausfälle und die, äh, die Songs der Semifinals verteilen sich in diesem Jahr oder in diesem Jahrgang wirklich sehr gut. Also man hat sonst meistens immer so ein, so ein Semifinale, eins ist immer dabei, wo, also, wo man so denkt, naja, die, die so einigermaßen sind, das sind dann manchmal nur so drei oder vier. Also wenn die nicht ins Finale kommen, dann weiß ich aber auch nicht und die kommen dann auch meistens weiter und die anderen sind halt so, ja, gut, also ob der jetzt nun oder der. So, und das ist halt diesmal sehr, sehr, ähm, ausgeglichen und ich glaube, da würden jetzt tatsächlich, so wie jetzt in diesem ersten Semifinale, tatsächlich die langweiligsten würden dann auch rausfallen. Und das sind auch, glaube ich, die, die du da jetzt, äh, rausgelassen hast. Also, ähm, würde ich sagen. Also. Ja, aber um das nochmal, um das nochmal abzuschließen, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass die Ukraine da durchgekommen wäre, allein wie du es schon sagst, die langweiligste raus. Weil langweilig ist das ja nicht, das ist ja was, was polarisiert. Also ich sage, ich halte es keine drei Minuten aus. Du sagst, du findest das gut und spannend und kommst mir jetzt sogar mit irgendeiner Message, die das hat, da hört es bei mir schon auf. Weil wenn du mir im weißen Gesang kannst, du mir eine Message rüberbringen, wie du willst, ja. Mir kann hier im weißen Gesang kann mir jemand irgendwie, äh, kann mich jemand anschreien und mir vornudeln, ja, es gibt jetzt einen Corona-Impfstoff, den würde ich trotzdem ohrfeigen wollen. Einfach, weil diese Stimmlage so furchtbar ist, ja. Ja, aber wie du sagst, es ist polarisiert und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es am Ende durchgekommen wäre, aber dadurch, dass ich jetzt hier die 10 bestimmen sollte und, äh, ja, Fahrer bestimmt die Musik. Ja, wobei, als ich mir den Song nochmal angehört habe, ich habe ja tatsächlich auch nochmal alle, das sind 18, glaube ich, ne, 18 Songs irgendwie da aus dem ersten Semifinal, als ich dann die Ukraine, habe ich so gedacht, ja, ich glaube, ich glaube eher überwiegt, dass es, dass es draußen wäre. Ich glaube, ähm, ich weiß es nicht, also, äh, das ist wirklich, ähm, ja, da wird's wirklich interessant, ne, wer ruft da an und wer sagt irgendwie ja, Ukraine, ne, also, ähm, da bin ich wirklich sehr scharf, 50-50, das, ähm, also mir gefällt's. Wir werden's nie rauskriegen. Ja, wir werden's leider nie rauskriegen, das stimmt, das ist halt, außer jetzt so zum Beispiel bei diesem Eurostream, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, das ist ja so eine Initiative aus diversen Blogs und, äh, äh, Podcasts, die jetzt sozusagen am 5.7. und am 9. Mai, äh, so ne, so ne, ähm, ähm, Livestream-Übertragung machen mit diesen einzelnen, äh, Live-Videos und dann kann man da sozusagen mit abstimmen, da kann man so ein bisschen, es ist halt auch nur zufällig, wer da gerade jetzt irgendwie mitstimmt oder so, da kann man so ein bisschen sehen, äh, ist die Ukraine raus oder nicht, aber wir werden natürlich nie dieses, äh, dieses absolute Endergebnis haben, was man jetzt hätte, wenn es ein ESC gegeben hätte. Aber das ist schon, ähm, ja, ja, also, gut, man hat natürlich immer so, äh, so Überraschungen, wo man denkt, hä, wie, wieso ist der jetzt weiter? Also, ich sag mal so, manchmal kommt das dann vor, dass dann so ein, so ein, äh, so ein Song wie Kroatien, wo man denkt, hä, wieso kommen die denn jetzt weiter irgendwie? Das ist ja pur Langeweile, aber gut, ähm, da haben dann Leute für angerufen und, ähm, ist das dann auch so? Und um nochmal den, den schlechten Gag schnell aufzulösen mit dem Doppelherzkorb, äh, die haben tatsächlich vom Sponsor des, äh, des ukrainischen Vorentscheids, äh, nach ihrem Sieg so einfach so einen, so einen Korb in die Hand gedrückt bekommen mit gut sichtbar Doppelherzprodukten. Das war ein sehr skurriles Bild. Da haben sich, glaube ich, auch viele drüber kaputt gelacht, die diesen Vorentscheid geguckt haben. Daher rührte das jetzt. Also, so, ja, herzlichen Glückwunsch, wir fahren zum ESC und hier eine Auswahl unserer schönsten Herzmedikamente. Also, das war wirklich, wo man so dachte, ja gut, also eigentlich, äh, soll ja so eine ESC-Veranstaltung eher die Jüngeren, äh, ansprechen und dann so Doppelherz. Das war so ein bisschen, ähm, also, okay. Hat super geklappt. Ne, also, gut, muss man natürlich dann auch immer so sehen, äh, dass das auch selbst bei öffentlich-rechtlichen Sendern irgendwo im Ausland, äh, die kommen natürlich ohne Sponsoren manchmal auch nicht aus. Und, äh, manchmal kann man sich vielleicht die Sponsoren auch nicht aussuchen und, äh, dann hat Doppelherz also gesagt, wir sind dabei. Wir werfen euch da, wir werfen euch da so ein paar Millionen hin und, äh, dann legen wir los, ne? Also, klar. Okay, damit haben wir das erste Halbfinale an sich schon mal abgeschlossen, ähm, aber natürlich der Aufruf, äh, an die Zuhörer. Wer sind denn für euch die zehn Qualifikanten? Und natürlich die allerwichtigste Frage, äh, ist die Ukraine drin oder nicht? Das ist natürlich unsere brennendste Frage und da könnt ihr uns auch schön entzweien, wenn ihr dazu eine schöne Meinung habt. Also, gerne in die Kommentare an sämtlichen Stellen, wo ihr auf, äh, unseren Podcast immer stoßt. Also, gerne Twitter, Facebook, Insta, was haben wir noch auf der Website? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir haben da noch ein paar Big Five, genauer gesagt drei, die wir uns auch noch mal angucken wollen. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie viel wir überhaupt noch über unseren Ben Dolitsch reden sollen, äh, das ja schon sehr ausführlich gemacht haben, aber ich glaube, wir nehmen ihn dann doch noch mal kurz rein. Ähm. Der wurde intern bestimmt nach langem Schweigen vom NDR, äh, kam er dann doch noch mal irgendwann raus bei einem, bei einem Event, wurde er vorgestellt, direkt, äh, samt Song, der mit einem Video präsentiert wurde. Und im ersten Moment dachten wir so, ja, 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 okay, kann man so machen. Aber der Song hat dann noch ziemlich gewonnen, fand ich so im, im Nachgang. Und auch wenn jetzt hier die, die, die Vivi-Jury hat den, glaube ich, auf eins gehabt am Ende und war in den Wettquoten in den Top Ten. Also, er ist dann doch international auch sehr gut angenommen worden, finde ich. Was uns noch fehlt, auch vorhin schon angesprochen, ist jetzt die endgültige Bühnen-Version für Rotterdam. Weil wir kennen das Video, in dem Video wird der ja sehr cool dargestellt, also dafür, dass Ben irgendwie aussieht, als wäre er 15. Mit der da, als so ein, so ein Aufreißer-Typ dargestellt, was, was witzig ist, ja, aber selbst das ist gar nicht so furchtbar. Also, kommt trotzdem irgendwie, irgendwie gut rüber und passt zu diesem coolen, modernen Song. Ja, und ich glaube, das hätte schon ganz gut was, was werden können, je nachdem, wie es am Ende dann ausgesehen hätte. Und ich kann nur nochmal appellieren, bitte nehmt den fürs nächste Jahr nochmal und schreibt ihm einfach nochmal einen coolen Song. Das will ich sehen. Das hat er auch verdient. Also, das war, glaube ich, schon eine gute Auswahl, die Deutschland da getroffen hat. Ja, Deutschland und das Panel und so weiter, also ich sag mal, mehr, mehr so, mehrere Leute kann man da eigentlich nicht mitreden lassen und die dann auf dieses Ergebnis kommen. Also, mich wundert es tatsächlich auch ein bisschen, dass man, dass man sich da nicht auch tatsächlich auf Ben committet. Kann natürlich sein, dass man sich das bisschen aufhebt für die Sendung da am 16. Mai, dass man es dann irgendwie mit großem Bimborium noch bekannt geben will. Das kann natürlich sein. Aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man Ben nicht auch 2021 für Deutschland antreten lassen sollte. Insofern, und wie du schon sagst, diese, auch die Sachen so wie Wetten oder wie das eben halt auch so in verschiedenen ESC-Medien ankommt und so weiter, da ist ja auch noch ein Indiz dafür, dass man da, glaube ich, einen ganz guten Künstler und auch einen ganz guten Song irgendwie hat. Es gibt ja so einige Stimmen, die sagen, vergesse ich immer ganz schnell den Song und muss es mir immer wieder in Erinnerung bringen. Das habe ich komischerweise nicht irgendwie bei dem Song. Das ist wirklich, das geht mir eher bei anderen Songs aus diesem Jahrgang so. Aber ich finde, dass man, vor allen Dingen hat man jetzt mal keine Ballade. Das finde ich jetzt auch mal ganz schön. Und ich hoffe, dass Sie das im nächsten Jahr auch weiter vorantreiben, dass wir auch mal ein bisschen mal auf der Bühne die Kuh fliegen lassen. Also das ist schon, das war mal ganz, ganz, ganz schön mit Michael Schulte. Da war ja auch das Thema wirklich auch etwas, was mit ihm zu verbinden war. Aber so diese Powerballaden, wie wir sie zum Beispiel letztes Jahr bei den Sisters irgendwie gehabt hat oder so, das ist eben halt wirklich auch so, ja, immer so deutsch und schwer. Und das finde ich, wir müssen auch mal, wir müssen nicht unbedingt übertreiben wie mit Gildo Horn. Aber es ist schon in die Richtung, wir können auch mal ein bisschen Party machen. Das finde ich, ist überhaupt nicht verkehrt. Ja, bin ich komplett bei dir. Und vielleicht kann man auch hier gerne nochmal auf unsere Sendung verweisen, die wir hatten zur Auswahl, zur deutschen Auswahl. Da haben wir eine kleine Sondersendung gemacht. Und du hast ja auch mit Ben gesprochen. Die sind natürlich jetzt nicht mehr aktuell im Sinne von, wie wird das alles in Rotterdam im Mai sein? Aber ich finde, man bekommt einen ganz guten Eindruck, erst mal so von unserem ersten Eindruck, den wir hatten, aber dann halt im Interview auch von ihm, was er so für ein Typ ist. Er kam ja da auch ganz gut rüber, fand ich. Also, wer sich das nochmal anhören mag, sehr gerne. Okay, dann würde ich noch einen weitergehen und zwar nach Italien. Italien. Da haben wir, ah, Diodato Fire Rumore. Es ist interessant, dass er schon feststeht, weil in meinem Kosmos geht das Sanremo Festival endlos. Es hat einfach nicht aufgehört. Es war richtig, richtig hart eine Herausforderung, sich das reinzuschrauben. Also, wer da immer sagt, das sei so das Nonplusultra an den Vorentscheiden. Es ist ja auch nicht als Vorentscheid klassifiziert, sondern ein eigenes Festival mit Nebenprodukt-ESC-Teilnahme. Boah, das war schon schwierig. Vor allem hast du ja durchgehalten. Ich habe es bis zum Ende geguckt. Ja, ja, genau. Ich habe es dann nicht geschafft, weil es ja irgendwie, es ging ja bis zwei oder drei Uhr dann noch das Finale auch. Ich habe so einen Ehrgeiz dann entwickelt. Vielleicht hätte ich den toten Punkt abwarten müssen. Habe ich auch am nächsten Tag bereut. Ja. Es gab mehr als einen toten Punkt. Ja, jedenfalls, genau, er hat das Ding gewonnen. War jetzt auch nicht das erste Mal, dass er da teilgenommen hat. Und er hat gewonnen vor Francesco Gabbani, der ja 2017 der Teilnehmer war. Und ist dann auch, also dauert ja dann immer noch einen Moment, bis dann auch wirklich klar ist, tritt er auch beim ESC an oder mit dem gleichen Song und so. Ja, ist so. Hätte er gemacht in diesem Sinne. Ist für mich einfach so ein klassischer italienischer Popsong. Kann man sich anhören. Ist jetzt nicht mein favorisiertes Genre so insgesamt. Finde aber schon, dass er was rüberbringt. Würde aber mal behaupten, es wäre wieder wie Italien in den letzten Jahren. Es hätte sehr gut abgeschnitten, aber es hätte nicht gewonnen. Bist du bei mir, wenn ich das sage. Das glaube ich auch. Aber ich glaube schon, dass das weiter vorne auch wäre. Aber es ist halt trotzdem, ich finde immer bei Italien irgendwie, sie können es einfach. Ich glaube, die können auch die Sperrmülltermine irgendwie singen. Ich glaube, das ist immer noch geil. Und ich glaube so. Ach Gott, wie toll wäre das denn, ey. Ja, also wenn die Italiener. San Marino, ich habe da eine Idee, hallo. Ja, wenn die Italiener wirklich was können, dann ist das Kultur, das ist Malerei, das ist Architektur, das ist Fressen, das ist eben auch Musik. Und das können die Italiener. Wobei mir es auch so ging, beim ersten Mal hören, habe ich auch so gedacht, na ja, aber das lebt einfach tatsächlich so ein bisschen durchs mehrmalige Hören. Und das ist halt wirklich eine sehr, ich glaube sogar, das war doch auch, glaube ich, das hat man dann gesehen, als dieser Lockdown da in Italien irgendwie losging und die Leute da alle auf dem Balkon standen. Ja, da haben sie das alle gesungen. Da haben sie es alle gesungen oder beziehungsweise hat es irgendeiner dann eingespielt irgendwie so. Und das war auch so ein bisschen so wie so ein Durchhaltessong auch so dabei. Und ja, und das ist einfach, das ist eine kraftvolle Ballade und das, ja, das reißt einfach irgendwie so mit. Also das ist halt ein Song nicht für den ersten Blick. Da braucht man schon, glaube ich, den zweiten oder dritten Blick da drauf. Ja, genau, deswegen ist es für mich auch kein, oder wäre es für mich kein Siegkandidat gewesen. Und wir sind uns ja einig, wir sagen das ja auch hier auf fast jeder Folge, Italien ist ja sowas von fällig, dass sie das Ding mal gewinnen in den nächsten Jahren. Und das wäre damit aber nicht passiert, würde ich sagen. Nee, das glaube ich auch nicht. Obwohl ich ihn bei der spanischen Online-Pre-Party war ja auch dabei, da fand ich ihn total süß. Also da war ich fast schockverlebt da in seinen Auftritt, weil er da so niedlich war. Aber ich glaube nicht, dass es zu einem Sieg gereicht hätte. Ja, und die werden natürlich auch E-Sandremo nicht aufgeben. Nein, also, wie du schon sagst, das ist so ein Abfallprodukt irgendwie. Und dieses Jahr hat man es dann ja so gemacht, man hat im Vorwege auch die Künstler gleich gefragt, wollt ihr dann, wenn ihr gewinnt, zum ESC? So, weil das war sonst immer so eine Hängepartie, so, ah, müssen wir uns erst mal überlegen. Und dann hat das nur ein paar Tage gedauert. Und das haben sie gleich vorweg irgendwie abgefragt oder wahrscheinlich auch schon vertraglich irgendwo fixiert. Aber das steht nicht im Vordergrund. Das ist halt wirklich diese eine Woche da, Sanremo, das geht ja auch über mehrere Runden. Nun ist es dann noch so, wenn man dem Italienischen nicht so mächtig ist, dann ist da auch sehr lange Dialoge mit den Moderatoren. Da werden wohl irgendwelche italienischen Hintergründe wohl dann irgendwie miteinander besprochen. Der eine hatte sich dann irgendwie auch mal verkleidet und so weiter. Das war dann auch eine Referenz auf irgendeine Fernsehsendung und so weiter. Und wenn man da so in dem Land wahrscheinlich lebt oder auch die Sprache dann vor allen Dingen auch kann, dann versteht man es eher aber so, wenn man jetzt einfach so sagt, ach komm, Mann, bring doch mal das nächste Lied und jetzt kommt noch wieder Werbung und so weiter. Das macht das Ganze dann natürlich so ein bisschen zäh. Das ist natürlich. Die Songs sind schon, also für meinen Geschmack ist da schon wirklich sehr viel Brauchbares dabei. Nicht alles, aber sind ganz viele Sachen dabei, wo ich so gedacht habe, ja, da könnte so einiges zum ESC dafür geschickt werden. Das Ding von Francesco Gabbani fand ich jetzt nicht unbedingt so gut, und wenn man sich dagegen seinen Beitrag von 2017 irgendwie dagegen anschaut, da war das eher so eine, ja, ist okay, aber ich glaube, das würde jetzt auch keinen vom Hocker reißen. Insofern, ja, sind wir mal gespannt, was die Italiener dann nächstes Jahr machen. Ja, dann hätten wir noch einen letzten auf der Liste für heute. Und das sind die Gastgeber, die Niederlande. Und zwar ist das Django Makroi mit dem Song Grow. Und eigentlich ist Song schon fast zu viel gesagt, um das mal vorwegzunehmen. Der Kerl an sich ist gebürtig aus Surinam, ist 2014 in den Niederlande gezogen und ist da in der Musikszene jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs, hat auch schon zwei Alben veröffentlicht und sie haben ihn intern ausgewählt und übrigens auch schon für nächstes Jahr wieder bestätigt. Und Grow ist so ein Song, so ein bisschen coming of age irgendwie so, der Struggle mit sich selber beim Älterwerden und sich selbst finden in vielerlei Hinsicht. Gutes Thema auf jeden Fall, aber trotzdem für mich völlig enttäuschend, weil das als Song an sich kommt das nicht in die Gänge. Es ist so rezitiert, eher so vor sich hin. Ich glaube, das ist was, das wäre gemocht worden, aber weit hinten gelandet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so, das hätte so ein bisschen, ja, der Gastgeber und freut mich und schön, der erzählt seine Geschichte. Aber das ist einfach, über drei Minuten passiert da so gut wie nix, am Ende kommt so ein bisschen was Gospeliges und kann das aber auch nicht mehr so richtig rausholen. Also es ist wirklich komplett Höhepunktarm. Und ich habe mir so ein bisschen ketzerisch gedacht, als ich das gehört habe, so der, der braucht eigentlich keinen Song, der bräuchte eher so einen Blog oder einen Podcast. Also das ist für mich, das ist einfach kein Lied. Und das ist ja super, was er da zu erzählen hat, verarbeitet das und so. Und das ist ja eigentlich echt berührend. Aber dieses Lied berührt mich null, weil es einfach fast gar kein Lied ist. Geht's dir auch so? Ja, ich glaube, ich glaube, es geht auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, glaube ich, auch ein bisschen um Depressionen und so weiter. Das hatten wir ja auch schon mal so bei diversen ESCs. Ja, für mich schon. Ja, aber das kann man ja auch anders umsetzen, aber das wäre völlig untergegangen, glaube ich. Ja, für mich ist der Song tatsächlich auch nicht fertig. Also man kennt das ja manchmal bei solchen Songs, es geht ja mit so einer Kirchenorgel irgendwie so los. Und man kennt das ja manchmal so, dann kommt noch ein Instrument und noch ein Instrument. Und zum Schluss entladet sich das dann irgendwie sinnlos, irgendwie mit einem Chor oder wie auch immer. Und man hat so das Gefühl, der Song geht eigentlich 4.30 Uhr und wegen dem ESC mussten sie jetzt bei drei Minuten irgendwie Cut machen. Und dieser … Ich meine, sie haben vor dem Höhepunkt abgeschnitten. Genau, vor dem Höhepunkt abgeschnitten. Und das so, das denke ich auch, also er hat eine tolle Stimme. Und irgendwie, ja, man möchte jetzt erst mal so hören, wie geht das jetzt weiter und so weiter. Und auch so bei den Refrains und so weiter, ja, es kommt, wie du schon sagst, es kommt nicht in die Gänge. Und für mich hat es dann tatsächlich so ein bisschen so, ja, irgendwie fehlt da jetzt ein Höhepunkt. Und vielleicht sind die drei Minuten da zu kurz, aber dann müsste man auch sagen, ja gut, dann musst du dir auch einen anderen Song irgendwie besorgen. Und das ist einerseits etwas, was man jetzt nicht unbedingt erwartet. Aber ich glaube, auf der Bühne hätte jetzt der Zuschauer, der, also so wie wir, jetzt nicht mit allen Hintergründen und so weiter, der hört sich das an und denkt so, ach, das war es jetzt schon. Aha, das war Niederlande, na ja, okay, wer ist jetzt dran? Also das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen zu kurz gefasst. Also schade eigentlich. Ja, super schade, weil er ja als Typ auch total sympathisch wirkt und das auch gut rüberbringt. Und man will das ja auch mögen und man will das auch mögen für die Gastgeber und so. Aber es klappt einfach nicht, leider. Bei mir klappt es nicht. Oder es ist halt tatsächlich wieder dieses Ding, na ja, wir wollen das Ding nicht noch ein zweites Mal gewinnen. Also weil das Ding so deutlich muss man das nicht machen. Ja, ja, klar. Aber das ist, es ist immer schwierig, als Teilnehmer im eigenen Lande so anzutreten. Das ist irgendwie, das ist immer sehr, sehr schwierig. Deutschland hat das ja damals dann mit Lena als Titelverteidigerin so ein bisschen dann aufgelöst, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Aber das ist eben halt schon, wenn es nicht gerade Irland ist, irgendwie die da so dreimal hintereinander in den 90er-Jahren gewonnen haben, ist das halt wirklich, ja, nicht ganz einfach. Aber ja, ein bisschen mehr Mühe sollte man sich da, glaube ich, dann schon geben, das stimmt. Ja, ja, vielleicht wird es ja nächstes Jahr besser. Sehr gut. Das haben wir, ja, ich weiß gar nicht, was ich erwartet hätte, aber als ich die Liste irgendwie schon vorher mal gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, da habe ich jetzt, also da habe ich jetzt ja so gar nicht jetzt irgendwas dagegen zu sagen. Das finde ich schon … Das ist scheiße, wenn wir uns so einig sind. Das tut dem Podcast nicht gut. Ja, aber wie Sonja auch schon gesagt hat, mailt uns auch gerne oder schreibt uns einen Kommentar, was ihr gerne lieber gesehen hättet im Finale. Oder vielleicht sagt ihr ja, also die meisten Sachen, die wir da jetzt aufgelistet haben, finde ich gar nicht. Also Kroatien ist wirklich meine Nummer eins. Also wie könnt ihr das rauslassen? Und Zypern erst recht. Und also ganz ehrlich, das geht ja gar nicht. Und Leslie Roy aus Irland hat eine tolle Stimme. Also ja, macht es einfach und sagt uns da einfach mal da eure Meinung. Ja, haben wir noch irgendwas? Sonst sind wir, glaube ich, erst mal mit unserer kleinen We Decide ersten Folge, glaube ich, erst mal so weit durch. Und dann freuen wir uns … Wir haben es geschafft, ohne uns an die Gurgel zu gehen. Na, wir sind ja … Weil wenn man mir an die Gurgel gehen würde, dann würde ich vielleicht auch weißen Gesang singen. Ja, oder so. Ja, genau. Da gucken wir mal. Ja, wir machen, wie gesagt, noch einen zweiten Teil, der dann jetzt demnächst dann auch nochmal kommt. Und ja, ansonsten nochmal zum Hinweis zu diesem Podcast, alle Infos zu unserem Podcast zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen bei Apple Podcast und auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns mit einem Audiokommentar per Telefon eine Nachricht hinterlassen unter der Nummer 04101 854 7955. Die Nummer gibt es dann auch nochmal auf unserer Website. Und natürlich möchten wir euch noch auf die Podcasts unserer Kollegin des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Da könnt ihr auch mal in die einzelnen Podcasts reinhören. Den Link zu diesem Netzwerk findet ihr auch auf unserer Website. Ja, das war es erstmal wieder. Und wir hören uns auch schon bald wieder mit dem zweiten Teil von We Decide. Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Dann erstmal bis dann. Und tschüss. 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 Tschüss.